hallo meine lieben freunde man sieht mich und hört mich sehr gut schön dass ihr da seid willkommen der guckt mir direkt die nase und ich muss mich räuspern wunderbar perfekt vorbereitet ja feuerfeuer ist faust ich wünsche dir einen schönen abend ich habe gesehen dass ein follow da gelassen und das bevor ich überhaupt angefangen habe du hast jetzt quasi die katze im sack gekauft ich hoffe es war kein fehlkauf wie man so schön sagt nichts was man auch hätte weglassen können wir sind hier um faktorio zu spielen das ist ein spiel das ist sehr toll es ist leicht sucht fördernd ich kann das bestätigen weil ich gerade derzeit anstatt für meine klausur zu lernen lieber faktorio mit euch spiele aber so ist das leben die klausur die ist ja erst am mittwoch da ist ja noch lange lange zeit genau heute ist samstag ich habe morgen was vor deswegen normalerweise das ist mein slot immer sonntags für faktorio aber nun sind wir heute hier und ich freue mich mir ist warm ich habe gerade gegessen wahrscheinlich liegt es daran wir starten direkt rein ich nehme die musik erst mal raus ihr seht das spiel hier sieht mich ihr hört mich nein ihr hört das spiel nicht jetzt heute das spiel so und ich sehe mein mikrofon ja perfekt leute es kann losgehen ich habe ich habe wieder gesündigt ich habe wieder privat ein bisschen gespielt ich zeige euch diesmal den spielstand nicht das machen wir nur ab und zu wenn größere meilensteine erreicht wurden lass mich kurz dabei nachdenken welcher unser aktueller spielstand ist wahrscheinlich dieser hier 9 9 ist immer besser deswegen heißt das spielstand neu ja hier erkenne ich mich doch wieder das habe ich doch so schlecht gebaut hier beim letzten mal so wird es gewesen sein was machen denn die was machen denn die warum sind denn hier montage maschine dieser kiste was zum geier habe ich das nicht angestellt ist das überhaupt das kommt mir doch jetzt gar nicht mehr so bekannt vor jedoch doch doch ist hört zu mir ist meine meine insel hier meine welt was ist das aber mein zug ich erinnere mich haben letztes mal den zug angefangen damit freue ich mich jetzt richtig drauf da weiter zu machen die musik ist an manchmal hört man sie nicht die käfer sind auch am start es freut mich ich freue mich dass sie immer so zahlreich erscheinen und sie gerade die haben mir den türm kaputt gemacht wollen wir da noch mal nachlegen haben mit türmen sind das wichtigste ich sehe ich habe mich für kämpfe vorbereitet aber ich muss sagen ich habe privat eine völlig neue kampftechnik entwickelt und ausprobiert die ist toll die ist total also naja sie tut ihren zweck sagen wir es mal so ich habe immer das gefühl ich gehe euch fremd wenn ich die ganze zeit davon erzählt was mein privater spiel ist denn mein privater spiel ist jetzt so viel besser als dieser hier und deswegen erzähle ich die ganze zeit davon auf jeden fall habe ich da inzwischen raketen erforscht und den hand raketenwerfer und vor allen dingen habe ich erforscht die landminen wird gerade tretenminen sagen ist glaube ich ein synonym für selbiges die sind wo sind die denn hier habe ich sie auf jeden fall noch nicht oder doch ja doch ich habe sie sogar schon ich habe sie noch nicht gebaut das können wir uns heute auf die liste schreiben auf die innere geistige liste das ist bei faktorio ganz wichtig dass man da eine liste hat dass man nicht den faden verliert ah ja vergangenheits andere wollte den flammenwerfer bauen ich vermute das hat auch ebenfalls mit dem zug zu tun denn wie wir hier auf der tollen karte sehen ist das alles hier grün grün fläche ist alles überflüssige natur die brauchen wir nicht da können wir keine schienen durchlegen kein zu können wahrscheinlich schon aber dauert lange deswegen ist der plan ich weiß nicht ob räume brennen aber es ist ein naheliegender grundgedanke den müsst ihr mir lassen dass ich auf den gedanken gekommen bin dass ich mir eine schneise durch machen um dann dieses eisenerzfeld und eisenerzfeld uns einzuverleiben denn in der tat ist unser aktuelles eisenfeld wie soll man sagen etwas schwach auf der brust ist nicht mehr ganz so vorhanden aber dafür müssen wir diese zwei mindestens hier ausrotten eigentlich würde ich das da auch noch gerne weg haben aber eigentlich müssen wir hier mit anfangen also ihr seht es gibt kämpfe am laufenden band ich bin jetzt allerdings die letzten paar male ich bin zweimal in meinem privaten spielstand stopp sehr unrühmlich und ich konnte meine leiche nicht lieben weil die so weit weg gelegen hat und die so nah dran war an denen bösen büben den bösen käfern dass er das ist genau die technik die ich meine kann der flammenwerfer muss das nacheinander nach aber es ist das nacht sich gerät ist alles geil ich will das alles haben wir müssen geduld haben geduld ist eine tugend die sich nicht gut in faktorio verträgt auf jeden fall sprengstoff brauchen wir auf jeden fall wenn wir diesen plan umsetzen wollen mit dem mit den landminen und den raketen weil ich glaube zumindest die raketen brauchen sprengstoff bei den landminen bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher auf jeden fall ist der sprengstoff ich habe den immer nicht benutzt weil ich war so womit soll es jetzt also was soll ich da jetzt genau machen mit aber inzwischen habe ich einen plan ziel vor augen und das ist okay warum ist das kaputt ich erinnere mich hier war vor einer kurzen zeit so ein großer käferangriff die haben hier auf der seite angegriffen und dann haben sie sich dadurch gefuttert durch meine verteidigungslinie gut ich muss sagen sie war jetzt auch nicht krass gut verteidigt war er so stiefmütterlich trotzdem ich finde es immer nicht so nett grundsätzlich ja gut schwefel kohle und wasser jetzt ist nacht ich sage euch ohne nacht sich gerät das macht einfach keinen spaß durch diese riesigen scheinwerfer die hier sind sehe ich nichts das ganze bild ist dunkel war es aber ich sehe schwefel schäfe ist knallgelb den erkennt man gut gibt es irgendwo kohle ja das ist doch schon das ist doch wie gemacht füreinander richtig gut da brauchen wir uns doch gar nicht mehr um irgendwas sorgen ich habe eine große liebe entwickelt zu den umspannwerken vor allem habe ich eine große liebe entwicklung zu den umspannwerken in verbindung mit akkumulatoren mein lieben freunde denn ich möchte mich aus dem fenster lehnen ich glaube ich habe die leute und diesen menschen wer auch immer das programmiert hat durchschaut denn sie haben das umspannwerk genau in der größe eines akkumulatoren gebaut also der grundstein von diesem spannwerk ist genauso groß wie ein akkumulator das bedeutet du kannst auf diesem rechteck dieses umspannwerk bereitstellt perfekt passgenau akkumulatoren aufstellen es ist einfach ein großes quadrat ich weiß nicht ob es kann ich glaube es ist gerade und das ist einfach so geil ich will es nie wieder anders haben ich will es nie wieder anders machen also werden wir umspannwerke bauen entschuldigen sie warum habe ich denke ein unterirdisches schließband was ist denn das hier für ein engpass künstlich erzeugter engpass ich lasse jetzt mal die kohle hier lang fahren ich habe irgendwie sonst keine idee so und das wasser doch es kommt einfach zusammen was zusammen gehört richtig gut ich freue mich sehr aber der stein muss glaube ich noch weg da ist kohle mit dritten in den steinen das sehe ich jetzt zum ersten mal schwöre ich schwöre sagt man heutzutage nicht mehr aber ich schwöre ich habe das zum ersten mal jetzt gesehen ja auf jeden fall ist meine neue kampftechnik zusammengesetzt aus raketenwerfern einem raketenwerfer in der hand und landminen ja sorry richtig rumdrehen ist auch wichtig ist eine wichtige grundkompetenz die mir nicht unbedingt immer gegeben ist jetzt habe ich zwei namens boxen miss boxen habe ich gebaut die riechen nach mist nicht mache einfach lieber holzboxen was ist das für ein spucker mr weitspuck ich glaube es geht noch ich glaube es geht nicht mehr glaube ich und wenn man dann land nehmen also das tolle an den landminen ist du kannst wenn du so in halbwegs entfernung von dieser basis von den gegnern bist legst du einfach um dich herum einen großen kreis von landminen und dann trägst du sie dann kommen sie auf die zürmer springen also gehen in die luft bevor sie da sind durch die landminen und dann kannst du in der zeit mit deinem raketenwerfer die dinger kaputt machen und ein raketenwerfer tötet den mittleren wurm mit einer rakete das ist ganz schön intens würde ich sagen so meine persönliche meinung dazu ich bin irgendwie out of materials ich kann nichts mehr machen eine sehr belastende situation der ich mich sehr gerne abgehe aber es wird auch nicht besser werden leider erste aber das ist nicht schlimm wo das ist gar nicht gut ist dahin zu packen wir müssen das eigentlich noch weiter verarbeiten und dafür ist habe ich das nicht so gut gebaut warte mal nochmal sorry ich weiß ich bin die die sich am häufigsten umentscheidet in diesem spiel weil das wird ja noch weiter verarbeitet würde jetzt also erst mal für die landminen nur da habe ich jetzt gerade schon gesehen dass die schalträger nicht taugen ich habe heute ja gerade welche abholen aber es ist offensichtlich nicht möglich kann jetzt daran liegen dass entweder zu wenig eisen da ist was wir gerade aktuell nicht beheben können und von akuter aufgrund von akutem käferproblem aber wie ich es sehe es liegt es zumindest nicht am eisenerz liegt eher daran dass wieder zu viel weggefrischstückt wird vorher ich versuche kurz meine gedankenwelt hier nachzuvollziehen naja nee nee es ist genau gegenteilig habe genau die gegenteiligen effekt in mir formt sich ein bild aber ich weiß nicht ob ich dieses bild ach so schwer nee das bild ist kann man wieder vergessen ich bin aber die kohle aber doch 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 ich habe das bild leute es gibt eine mechanik in diesem spiel die ich die ich völlig ignoriere weil ich in der regel der meinung bin dass das nicht so sinnvolle und so ist aber nein nein so geht es nicht das geht so nicht mir ist dachte das geht so geht so nicht ich dachte jetzt können vielleicht die dinger zwischen stationen sein aber dann ich habe mich hier voll zugebaut okay ich glaube wir müssen uns freimachen wir müssen uns freimachen von jeglichen beschränkungen es gibt keine beschränkungen es gibt nur herausforderungen das ding ist ich bin ja nicht gezwungen die stahlträger hier herzustellen ich kann sie einfach irgendwo anders herstellen hier zum beispiel wo irgendwo da in der nähe vielleicht eventuell ich weiß nicht kohle liegt da hier so dass das plastik schade hätte auch eine eisenplatte sein können ach ne das ist doch hier ja jetzt sehe ich es dann aber das ding ist wir brauchen jetzt wirklich mal eine fläche wo wo wir das vergrößern können wir haben zwar nicht mal genug materialien für mehr hochöfen aber wir haben schon mal einen platz dafür wo wir sie hinstellen wenn wir sie dann irgendwann haben und das ist voll gut weil das kann hier voll joinen ja das ist voll gut das machen wir also der plan ist hier eine neue line aufzumachen und dann selbige wenn sie dann kohle versorgt ist falsche richtung muss ich nicht löschen das muss ich einfach nur neu bauen mit einer kurve des grauens und ja dieses trademark nehme ich mir übrigens da kann niemand behaupten dass er das vorher gesagt hat wo ich jetzt mein kleines experiment was ich verlassen habe so wie meine klausurvorbereitung die ich auch verlassen habe ach ja also ja die kurve des grauens ist auf jeden fall ein aufbau an der trademark da bestehe ich drauf das habe ich mir patentieren lassen oh man wir haben echt kein eisen mehr das struggle ist real wir müssen wir müssen tun wir müssen handeln machen machen aber vor allem vor allem brauche ich jetzt erstmal was brauche ich ich bin gerade losgegangen um irgendwas zu holen danke spiel dass du speicherst in dem moment wo mein gehirn nachlässt ja waren es stahlträger was ah nein unterirdische dinge unterirdische fließbänder ja und danach brauchen wir die stahlträger habe ich nicht zufällig einen ort ich habe übrigens neu gelernt seid ihr stolz auf mich wenn man die steuerung drückt und auf eine kiste dann hat man automatisch alles mit was in der kiste ist ja das habe ich mir nicht das habe ich mir selber beigebracht das habe ich nicht in irgendeinem video gesehen nee 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 da bin ich selber drauf gekommen ich weiß meine intelligenz ist beängstigend für mich auch nee ich habe wirklich nur hier stahl ja scheiße dann ist das jetzt so eine hände ein problem dadurch dass wir nicht stahlträger haben können wir hier rufen bauen jetzt müsste ich dann eigentlich wahrscheinlich kurz mal als zwischen step normale öfen bauen davon habe ich ja genug das machen wir jetzt mal als zwischenlösung so das machen wir jetzt hier die ganze front lang ich möchte es richtig so ich will dass da hinten nichts mehr nichts mehr stahlplatte ankommt hier so nee falsch rum und dann hoffe ich dass ich das schaffe mit dem käfern bevor es ernst wird mit dem eisenmangel ich glaube man kann sich echt in der ecke spielen weil die kiefer schlafen nicht die werden immer stärker und ich habe wie gesagt ich habe ein bisschen respekt also ich hatte erst mal erst mal ich sehr viel respekt ganz als ich angefangen habe mit dem spiel bei mir fucking in die hosen gemacht bei jedem teil ein krabbelkäfer dann war ich irgendwie so ja nee du kriegst dich schon gut im griff wenn du wenn du dir einfach eine gute verteidigung baust und ein paar türmchen aufstellst dann läuft das so und dann habe ich mit so einer leichten taktik hier immer diese kampfverteidiger kapseln immer so fünf sechs sieben und dann losgehen auf einen käfer fällt und dann macht es sich so tot macht die sich so tot das ding ist aber das jetzt müssen mein privaten spielstand die so weit evolutioniert sind dass sie bei 50 50 kleine mittlere weise sind und die spucker sind auch am start und das führt dazu dass ich dann sogar mit modulare rüstung mit ihr dings modulare rüstung mit wie funktioniert das ja eigentlich was was warum läuft es da nicht drüber doch da ist nichts ich nur so aus als ob da was mehr aber warum ist denn da okay irgendwas ist hier ein bisschen komisch jetzt habe ich den faden verloren entschuldigung was habe ich gerade gesagt ach so die waren dann so stark dass sie sogar mit modulare rüstung mit schild also mit mit eigenem laser irgendwas schild hier mit habe ich noch nicht aber werde ich demnächst kriegen gestorben bin bei denen und dann war ich so ja kacke was machen wir denn jetzt weil meine taktik ich hatte sogar ich glaube ich hatte 20 drohnen um mich rum und es hat trotzdem nicht gereicht und dann kam der raketenwerfer und der raketenwerfer hat mich wieder glücklich gemacht zusammen mit den landminen hat er mir gezeigt doch dass es doch noch geht und jetzt bitte produziert mir ganz viele stahlträger damit ich bitte bitte ganz viele hochöfen und dass das sich dann trägt ja wo wollen wir das erste umspannwerk bauen aber hier ist eigentlich verschwendet ja was ist ein geiles umspannwerk struggle wo ist denn mein kleines umspannwerk hier schaut euch mal diesen bereich an einfach nur geil oder da denkst du dir auch ja ja ich will denkst du dir da ich werde hier ganz viel strom brauchen weil ich ja hier die zugstation und so das kommt ja hier alles dann an so ach genau das problem ist dass ich dann immer vergesse das nochmal mit meinem normalen stromkreis zu verbinden ja nicht der sinn der sache so jetzt legen sie los ich habe übrigens letztes mal gesagt dass ich nicht verstehe was die fließband wie sagt man immunität bewirkt die man in die modulare rüstung einbauen kann weil für mich ist das so ein geiles momentum dass man hier so mit lang laufen kann dass schneller zu fuß ist aber wenn du fließband immun bist und hier stehst bewegt sich nichts was rechts von dir ist noch weiter also du kannst hier stehen du bleibst dann da stehen dann kannst du da bauen während die sachen dich dir nicht vor die füße fallen oder fahren das ist eigentlich ganz nice ich muss dann übrigens wirklich langsam gucken dass ich was ich mit diesen ganzen alten sachen mache das problem habe ich jetzt in meinem aktor im privaten spiel stand ich weiß nicht ob ich ihn heute schon erwähnt habe aber da habe ich das problem auch dass ich alle fließbänder ersetze die schnell fließbänder dadurch kriegt man die alten wieder ins inventar und dann wird das inventar nie leerer sondern bleibt immer gleich voll und das ist ja letztendlich problematisch ich will mal vergleichen ob das wirklich so viel schneller läuft 1 2 3 4 5 ja doch läuft schneller eindeutig habe ich das nachtsig gericht schon nein warum nicht das ist ja ein forschungstempo da kann man ja einschlafen in der zeit so werden wir die käfer auf jeden fall nicht besiegen so viel steht fest ich sollte wahrscheinlich das hier wegpacken und da die anderen hoch hinpacken aber eigentlich so viele öfen ich bin der meinung man platziert gar nicht so viele öfen wie man denkt ich finde es nur geil dass dadurch dass die alle gleichzeitig angefangen haben zu arbeiten sind die gerade alle gleich schnell das finde ich sehr witzig ein sehr witziges phänomen hier ist irgendwie immer so eine lücke ne das ist irgendwie merkwürdig keine ahnung was da los ist wahrscheinlich konsumieren die so viel dass das aber warum die nicht ja wir werden wahrscheinlich gleich wieder in eine schleife reinlaufen dass dann wieder das eisen fehlt tritra tralala man kennt es wie viele brauche ich noch die hälfte habe ich schon 1 2 3 ja ich muss mich halt auch da hinstellen um das einzusammeln das macht ja nichts hilft ja nichts jetzt habe ich keine ziegelsteine mehr toll wo müssen wir hin einmal an den arsch der heide quer rüber gott rote und grüne forschung das ist bestimmt kaputt gegangen das war bestimmt ein opfer eines angriffs ja ja da ist was passiert scheiße wenn mir das früher aufgefallen wäre dann ach da ist ein ding kaputt wenn mir das früher aufgefallen wäre dann hätten wir jetzt das Nachtschicht gerichtet ach das ist schlechtes karma anders kann ich mir das nicht erklären aber positive nachrichten ich habe ähm ich laufe gegen eine wand ich habe drei von meinen vier klausuren jetzt inzwischen geschrieben und ich habe von einem sogar schon ähm die Zusage sozusagen dass ich bestanden habe ähm was mich sehr sehr glücklich macht denn das war echt keine leichte klausur ich habe sehr sehr geschwitzt und ich wusste dass mir das schwer fallen wird aber ich habe es mit exakt der hälfte der punkte geschafft an der uni ist das so dass du 50 prozent der punkte haben musst ähm um zu bestehen ich habe genau 50 prozent und ich war so danke vielleicht war auch derjenige der das kontrolliert hat hat zu gesehen okay die hat sich echt bemüht aber sie hat es halt nicht gekonnt lassen wir es mal durch und das praktische ist dass ich ähm das fach gar nicht eingehen lasse in meine note sondern ich das nur bestanden haben muss jetzt bei mir im master warum auch immer gibt es diese tolle regel dass man irgendwie drei modul oder eine gewisse anzahl von punkten leistungspunkten eingehen lassen muss nur unbenotet in den eigenen abschluss und das habe ich natürlich ich glaube ich bin mit dem schwersten modul gemacht und deswegen habe ich das jetzt hinter mir bei den anderen bin ich mir immer noch unsicher vor allem jetzt das letzte ich meine ich habe ja bis mittwoch zeit aber ich bin morgen Abend verabredet ich habe im montag muss ich nochmal arbeiten sechs stunden die zeit verrennt und ich habe einfach nicht das gefühl dass ich gut vorbereitet bin und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt doch die knappeste obwohl die jetzt am freitag die war auch jetzt nicht so war jetzt nicht mein glanzmoment glaube ich oh jetzt haben wir das nachtsichtgerät ja ich will es haben dafür brauche ich aber diese blöden verweiterten schaltkreise und ich möchte jetzt bitte das furchtbar anstrengende projekt hier fertig machen noch zwei einer noch nein das war's das war der zweite gut danke vielen dank für ihre geduld jetzt haben wir das geschafft und wie wir sehen sehen wir dass das komplett abgeschnitten ist hier hinten kommt gar nichts mehr an jetzt ist genau das eingetreten was ich befürchtet habe gut dafür ist die produktion der türme jetzt verbessert jetzt ist die frage ob es hier nicht schlauer wäre warum brauche ich das nochmal für die landminen ja ob ich hier nicht einen von weg nehmen sollte von den maschinen weil das ist echt aufwändig also das verbraucht echt viel oh shit das war die müllkiste oh verdammt ich habe vergessen dass das die müllkiste war ich wollte die gerade weg machen schande über mich schande über meine familie schande über meine kuh nuclear rocket pool schön dass du da bist du bist ein bekanntes gesicht davon gehe ich aus weil OBS mir nicht sagt dass das deine erste nachricht in diesem kanal ist und ich vertraue ich schaue gar nicht OBS ich schaue Stream Manager aber ich vertraue dem natürlich blind ist ja klar nein ich wollte doch nicht alle steine nein das ist doch ein bisschen übermütig obwohl eigentlich brauche ich den nicht egal wir sind gerade am projekt irgendwas was explodiert äh landminen ja projekt landminen für projekt käfer niedermachung heute ist projekt käfer niedermachung angesagt dafür müssen wir aber noch ein bisschen was tun weil nur wenn käfer niedergemacht können wir unsere neue eisenquelle erschließen die dringend nötig ist auf jeden fall auf jeden fall okay es ist offensichtlich eine normale Montagemaschine in der man die Sprengfallen macht ist nicht die effektivste Taktik ähm zwischen hier und Mexiko wenn es darum geht die Käfer zu töten aber wenn man einen kreis aussprengen äh oh da ist was schief gelaufen oh da ist was schief gelaufen ja blöd da war ich jetzt gerade im schnack modus das hat jetzt ähm dumm leid das ist auch nicht richtig man was baue ich denn hier genau man baut einen kreis von landminen um sich rum und dann nimmt man den Raketenwerfer und immer wenn ein Käfer auf dich zukommt dann geht der kaputt und du kannst in der Zeit mit dem Raketenwerfer alles kaputt ballern das ist die Taktik das ist falsch ich hoffe einfach mal dass der ein oder der ein oder andere ankommt hier der ein oder andere Stahlträger oh ich hab schon wieder die Scheiße ne da ist die Kiste oh Gott ist das viel Sprengstoff ähm ja ich gebe euch das jetzt einfach mal händisch hier rein ich weiß noch gar nicht was sie machen soll oh hab ich jetzt schon den Raketen ne das ist der Flammenwerfer ach Gott ich hab mir das mit dem Waldverbrennen so einfach vorgestellt offensichtlich brauchen wir dann noch Munition für den Flammenwerfer hätte da keiner rechnen können habe ich das nicht begrenzt die Kacke oh ich glaube ich hab die Kacke nicht begrenzt das könnte sehr gut erklären warum ich die Kiste nicht aufnehmen konnte das Problem ist dass die Kiste jetzt schon wieder voll läuft in der Zeit in der wir hier miteinander reden ja irgendwas ist immer ich hab von Anfang an gesagt das ist eine schlechte Idee mit der Kiste ich weiß nicht ob ihr da schon da wart aber ich habe es definitiv gesagt aber ich glaube wir konnten das Problem lösen weil wenn man da einmal so eine Maschine sagt macht Sprengstoff die legt richtig los die nimmt da kein Blatt vorm Mund die ist den ganzen Tag damit beschäftigt und da kommt richtig was bei rum ich hinterfrage mich jedes Mal ob diese Taktik mit diesem direkt aneinander bauen klug ist oder nicht ob es schlauer wäre da Platz zu lassen ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht so und das ganze setzen wir jetzt unter Strom und dann geht es los Sprengfallen haben wir schon mal Kiste begrenzen Anne Kiste begrenzen dann Raketenwerfer ist jetzt gleich fertig wenn ich mich jetzt oh man kann mit Feuer auf die Dinger oh das wusste ich gar nicht Feuergeschütztürme machen was wollen wir zuerst versuchen eine modulare Rüstung uns zu bauen was schwierig wird weil wir keine Stahlträger haben und wir werden immer weniger von allem kriegen weil uns das Eisen ausgeht ich weine wenn ich könnte würde ich jetzt weinen ja was forschen wir weiter weiter forschen weiter forschen die Forschung darf niemand stillstehen A2 ist immer nur Upgrade ne Upgrade nicht so gut mag keine Upgrades ich will neue Dinge erfahren erleben bekommen also Raketen Schränkstoff Eisenplatte Schaltkreis ja ihr seht das ist das Problem und ich bin schon so mit 100 Raketen dahin gegangen das sind 100 Schaltkreise und 200 Eisenplatten das ist viel viel Zeug aber natürlich sind die Basisprodukte alle schon da es ist ja es ist ja wirklich alle schon da da sind die Eisenplatten da sind die Schaltkreise da ist der Sprengstoff ja was macht man ne ich hab das erst aus aus dem Fehler heraus gemacht aber vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee ich muss meine Angst überwinden zwei verschiedene Sachen auf dasselbe Laufbahn zu packen ich glaube das ist eine irrationale Angst die ich in mir aufgebaut habe die gar nicht so zutreffend ist wenn ich das jetzt schon wieder teile hier ne dann haben wir echt viele geteilte das Eisen echt oft geteilt wie St. Martin seinen Mantel teilte teilen wir das Eisenfließband immer und immer wieder bis am Ende nächstes Mal übrig bleibt das war übrigens eine Klausuraufgabe so eine Art wenn man immer es war ein Baum es war eine Art Binärbaum aber es war mit Abfluss simuliert warum auch immer bei jeder neuen Verzweigung ist der Inhalt der Inhalt also oben kommt eins rein und bei jeder Verzweigung teilt sich das um die Hälfte und dann sollte man eine Funktion schreiben die das am Ende ausrechnet ähm ich glaube wie gesagt dass das irgendwie eine Falle war mit dem dass man denkt das ist kein Binärbaum aber eigentlich ist es einer ähm ich weiß nicht ob ich drauf gekommen bin letztendlich oder nicht ne das ist mir nicht aufgefallen dass da der Strommast steht habe ich nicht gemerkt habe ich nicht gemerkt gut Eisen ist da Dinger sind da jetzt brauchen wir nur noch den Sprengstoff und dann zitiere ich mal einen meiner liebsten ist das ein Disney Film I don't know auf jeden Fall ihr wisst schon hier Atlantis äh da mache große Boom mit ein bisschen Oregano so zwei sollten reichen wie gesagt das wird jetzt ganz schön lange dauern ich brauche auch noch den Paketenwerfer selbstverständlich dann würde ich jetzt die Schrotplinte mal weglegen ich war nie ein Freund der Schrotplinte muss ich zugeben ich mache eine neue Müllkiste also Schrotpistole ich sag mal überhaupt zwei Pistolen das ist doch wirklich die Signalkabel damit kann ich später rumspielen das Ding ist kaputt also immer diese kaputten Sachen machen einem auch die machen einen die machen einen Inventarslot voll obwohl du daneben 99 von den anderen Dingern hast und cool ich habe mein Auto noch im Inventar ob das eine sinnvolle Entscheidung ist man weiß es nicht kommen die vier Schwefel nein du machst auch immer den gleichen Fehler eine Steuerung macht alles rüber ich habe vorhin so wie sagt man vollmondig angekündigt dass ich die Steuerung jetzt verstanden hätte was das Item übertragen angeht und dann mache ich es dauerhaft falsch tja so kennt man mich ok ich glaube das passt wenn ich erstmal die Hochleistungsrüstung habe dann habe ich ein riesiges Raster und ein riesiges Inventar und dann alles warum habe ich mich eigentlich noch nicht rosa gemacht frage ich jetzt mal für blöde man kann hier so ein dunkellila ist auch schön es ist gar nicht so einfach wie ich dachte ein rosa zu erzeugen mit RGB Farben grün macht es immer intensiver und weniger intensiv das geht mir ins blau genau nehmen wir einfach braun kennt ihr die Theorie dass orange einfach nur ein helles braun ist oder so ähnlich ich habe da irgend so ein Verschwörungsvideo mal zugesehen dass orange gar keine eigene Farbe ist ich glaube rosa wird es nicht nehmen wir das jetzt ist auch mein Auto rosa und meine Geschütztschirme die sind auch rosa oder Liga wie auch immer können wir jetzt diskutieren können wir jetzt eine Farbforschung drauf machen so ich versuche mal diese extrem vielen Dinger die ich hier habe ich kann auch eine Kiste da hinstellen und es aus der Kiste bedienen lassen wenn gar nichts mehr hilft was habe ich erforscht Wissenschaftspaket ja genau weil es jetzt richtig der richtige Zeitpunkt in dem Spiel ist um noch eine neue Farbe sich daran zu schaffen auf jeden Fall ich mache das mal so und jetzt mache ich wirklich alle rüber dann kann der Sprengstoff auch von da geholt werden cool I like that also worauf warten wir jetzt auf viele produzierte Raketen und viele produzierte Landminen dass wir die da kaputt machen können oder? ich bin dafür dass wir das bei dem nördlichen hier ausprobieren weil das ist nicht so weit weg wenn man dann da stirbt auf der Strecke ist es nicht so schlimm hallo ja ok wenn da keine Ladung drauf ok kurz die Steuerung vergessen ist ja den Besten jetzt ich finde die Zielfunktionen in diesem Spiel nicht ganz so intuitiv sagen wir es mal so oh ich erschrecke mich jedes Mal es ist aber jetzt stehen da gerade keine das ist gut ich wollte gerade das Auto rausholen aber ich glaube ich kann da auch so hinlaufen das tut jetzt nicht Not für die zwei Meter hier ein Auto zu holen das ist ja wirklich auch ein Witz oh Entschuldigung ah sie müssen schon noch in die Landminen reinlaufen warum explodieren die nicht? sind die noch nicht scharf gestellt oder was? mein Plan ich hab doch oh Gott und vor allem es dauert ewig die Dinger einzusammeln ne ich hab das so voll mit dem Mund nicht angekündigt warum die Zeit im Schaf gestellt zu werden? warum haben die das nicht ausgelöst? was ist da los? ja es gibt später Roboter die das für einen einsammeln an dem Punkt sind wir noch nicht wir machen das noch selber hier werden die Käfer noch von Hand bekämpft so wovor ich das jetzt mache ich mach jetzt hier mal mein mein Kreis des Todes so ne? ja ja jetzt habt ihr nämlich Angst wo ihr gesehen habt was ich hier mit mir führe so und jetzt ist genau das was ich meinte die gehen jetzt auf die Landminen oh entschuldigung ich bin bisschen zu nah gewesen so jetzt nochmal einmal auf den Wurm ja kommen sie her toll oder? richtig guter Kampf die zweieinhalb Leute hier was ist das da? sind da noch welche? ok ja ja oh shit ja hier wohne ich hallo ich bin die 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 rosa Signalfarbe trägt danke ich habe neulich dann auch mal eine Zeit lang hier rum gestanden und der Zeit kam gerade von irgendwoher ein Käfer und hat mich angegriffen so ein einzelner das war auch sehr witzig gut jetzt kommen die die uns nerven wenigstens von ein bisschen weiter weg das finde ich auch gut ich mag das auch nicht wenn da immer so Nachbarschaftsbeef ist ja das ist nur weil man einmal keinen Kuchen vorbeigebracht hat als die neuen Nachbarn eingezogen sind sind die ewig und drei Tage sauer auf einen ja und versuchen einen zu sabotieren finde ich echt scheiße offene Kommunikation ist da die Lösung einfach mal offen kommunizieren über die eigenen Gefühle und dann kann man sich doch alles kann man doch alles lösen ich fange an blödsinn zu erzählen weil das hier eine sehr händisch intensiv flankt andauernde Aufgabe ist aber ich bin gewillt jede einzelne der verdammten Landminen einzusammeln das sind Ressourcen meine lieben Freunde die verschwenden wir nicht ja so eine Landmine die hat auch Gefühle so also gut also unser Plan funktioniert grundsätzlich ich würde jetzt nochmal versuchen in der Hoffnung dass wir noch welche haben neue Raketen einzusammeln und dann würde ich versuchen den weiten Weg zu gehen bis da bis da ganz hinten oder oder wollen wir erst uns um den Flammenwerfer kümmern ich kann leider kein Rohöl in meiner Tasche umher tragen ist das Problem oder wir können uns alles mal angucken ob der Wald wirklich so schlimm ist jetzt ist ja gar nicht so schlimm ach Stahlträger und Rohöl Entschuldigung ich habe vorhin gegessen ja wenn man immer wüsste ne wenn man immer wüsste was man tun soll dann wäre alles einfach im Leben jetzt funktioniert der Plan mit der Kiste nicht mehr auch wieder traurig weil dann muss ich hier durch die Wallachei irgendwie das Rohöl legen durch die Wallachei und dreimal im Kreis okay ihr wisst was jetzt kommt die nächste Teilung so und da machen wir jetzt bevorzugter Ausgang gibt's nicht aber oh nee das ist ja wieder die Scheiße da ist ja schon wieder der Bock Mist das geht ja nur am Ende okay wir müssen uns von dieser tollen Kiste verabschieden ich weiß es war eine tolle Grundidee hat sich nicht durchgesetzt so ist das mit der Evolution schlechte Ideen setzen sich nicht durch jetzt kann ich das machen mit dem bevorzugten Ausgang links bevorzugter Ausgang Entschuldigung jetzt wir drehen uns wir wollen nein Stahlträger genau und jetzt äh Entschuldigung ich meine natürlich rechts sorry kommen dann nur Stahlträger raus leichte Rechts-Links-Schwäche so ich brauche das Nachtsichtgerät jetzt ist möglich jetzt fährt es mir gerade wieder ein auch wegen der Rüstung auch wegen der Rüstung alleine wegen der Rüstung wie viel brauche ich das reicht dann brauche ich jetzt noch ähm die tollen äh Schaltkreise weil sie die tollen Schaltkreise sind geht das? ja oh der wusste sogar schon Mangel an Flüssigkeit warum 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 mangelt es an Flüssigkeit? hä? also ach nee baldes Element aber warte mal wie äh äh warte mal wo ist das was da hinten reingeht? das ist ja noch grundlegender okay boah ich hab eigentlich echt keinen Bock oh shit äh äh Hilfe Befehl zurück ich wollte doch nur mittelgroßer Strommast im Weg hier Plastik ich wollt doch nur ich wollt doch nur ich wollt doch nur das da weg machen und ganz hier hinten ich sag euch das ist einmal durch die halbe Basis vielleicht können wir uns das irgendwie schön trinken mit unterirdischen Rohren die gehen die gehen wenigstens bis zum Arsch der Heide immer weil irgendwann muss ja hier mein Zug durchfahren ich seh das noch nicht bei dem jetzigen Tempo hier dass wir heute mal wieder an den Tag liegen ach ja genau genau das das war definitiv das was ich tun wollte jetzt wissen wir es alle falls sich jemand gefragt hat genau das war mein Plan so Dankeschön ich tue alles für den Flammenwerfer gibt es wirklich Leute die instrumentell äh also diese Flammenwerfer gegen Käfer einsetzen? ich kann es mir kaum vorstellen oh die sind fast durch sie sind fast durch die Verteidigung habe ich Mauern? nein brauche ich welche? ja sonst können wir das gleich lassen hier den Spaß oh aber die Forschung läuft die Forschung läuft voll gut das macht mich glücklich so und ihr so ich sammle mal eben 200 200 Mauern ein nebenbei die hier im Süden die brauchen auf jeden Fall auch eine Abreibung die fragen schon danach die sind schon richtig heiß drauf so und wisst ihr was alle meine Probleme lösen kann? naja nicht alle aber ziemlich viele ja genau sagt es wo ist es? sag mir denn bloß ich hab noch äh ich hab keins mehr ich hab kein Umspannwerk mehr ich brauch noch aber ich will auch äh schade ich wollte die jetzt alle mit einem Umspannwerk miteinander verbinden aber das Spiel hat mich nicht lassen es hat mich nicht machen lassen ich finde das immer kackendreißes Grundverhalten wenn man so dem Spieler äh hier Fesseln an die Beine setzt echt uncool da genau da wollte ich hin ich kann hier ja eigentlich auch das hab ich in meinem privaten Spiel stand ich werd das jetzt jedes Mal so aussprechen wenn ich darüber rede einfach um die Lächerlichkeit deutlich zu machen ja der Plan ist ja super ich glaub da brauchen wir filtern im Greifarm das erste Mal in diesem Spiel überhaupt es sei denn wir wollen einen Gatter dazu bauen aber ich glaube nicht dass wir das wollen also ich will das nicht so machst du mir ein paar Schaltkreise aber nicht Motoren doch nicht wer will denn Motoren haben? niemand so die modulare Rüstung das muss man in der Regel nur einmal bauen es sei denn man stirbt aus Versehen und seinen gesamter den gesamten Loot den man bei sich hat der geht verloren weil man den nicht wiederholen kann weil die Käfer zu stark sind dann dann geht es nicht oh hier die Kacke ne mit den mhm Eisenplatten unglücklich aber bald wird sind wir in einem Land in dem Milch und Honig fließt dann haben wir eine tolle Rüstung dann haben wir einen tollen Zug dann haben wir all die tollen Dinge die wir brauchen um glücklich zu sein so ich habe jetzt mein Inventar abgelegt warte mal hatte ich schon die ganze Zeit die modulare Rüstung? habe ich jetzt gerade noch eine zweite modulare Rüstung gebaut? möglich ähm eigentlich sind die so viel Platz sparen da ja ich habe die ganze Zeit eine gehabt toll auch sonst bin ich sehr kompetent in diesem Spiel gar kein Problem ist das gar kein Problem gut äh Fehler macht man um daraus zu lernen ja jetzt ist der Strom alle ist mir bekannt das Phänomen ich weiß nicht ich glaube so drei oder so drei oder vier Solarmodule privat ganz gut jetzt geht es an aus irgendeinem Grund weil jetzt wahrscheinlich so die Solarmodule jetzt schon äh man immer wenn man ein Rechtslink macht dann legt ihr das ab alles bitte wieder die Wände einsammeln oh man genau wir brauchen natürlich noch einen Akku der dasselbe gespeichert ist ja klar das ist jetzt ein bisschen gefummelt bleibt bei mir wir kriegen das alles hin gar kein Problem ich habe ja auch noch ein paar Dröhnchen zur eigenen Verfügung so jetzt mach es richtig nein ich habe schon wieder den Watsch-Knapp gedrückt okay langsam wird es ridiculous ich mache das nicht mit Absicht ich denke mir immer okay jetzt mache ich es richtig jetzt drücke ich mit der rechten Taste nein es ist die linke ne es ist die rechte oh jetzt habe ich schon wieder die Rechtslinksschwäche die andere ist die rechte Taste gut jetzt haben wir einen Akku kommen einen zweiten Akku gönnen wir uns noch Nachtsichtjährig braucht man zum Glück nur einmal man hat ja nur ein paar Augen ich weiß nicht haben die Aliens mehrere Augen die Käfer die bräuchten dann zwei das muss man dann immer seinen individuellen Bedürfnissen anpassen so jetzt sieht man da dass das da sich auflädt der Akku wahrscheinlich und genau jetzt kommt noch die Energieschildausrüstung und wenn wir die haben dann sind wir bereit würde ich sagen dann ist es soweit dann können wir da los starten jo klingt doch noch ein Plan Stein wird irgendwann glaube ich ein Problem so wir haben aktuell dieses Steinfeld hier und wenn ich das hier rechts sehe alles kein Stein den einzigen Stein den ich sehe der ist hier hinten da müssen wir erstmal noch eine Brücke bauen wir müssen uns noch mit dem Brücken bauen beschäftigen aber ja hier von so einer Welt zu entkommen ist halt kein Zuckerschlecken ja keiner behauptet dass das ein Zuckerschlecken ist aber gut kann ich jetzt halt noch ein paar Solarmodule bauen oder? immer wenn ich Platz im Inventar habe baue ich ein paar äh Umspannwerke weil auch bei der Benutzung von Solarmodulen sind die verdammt praktisch dann kann man da nämlich so drei Linien draus machen ich demonstriere selbiges Prinzip sehr gerne ich freue mich dass ihr gefragt habt das funktioniert nämlich folgendermaßen man wählt das Umspannwerk aus und dann stellt man das hier hin und dann war es das ja man ich hasse das außerhalb der Reichweite hier mach doch mal den Arm länger das passt schon alles ok gut das muss aussichtig weg das tanzt aus der Reihe so und ich persönlich mache dann hier dazwischen immer noch ein paar immer vor allem ich habe das jetzt einmal gemacht aber ich mache das immer jedes Mal weil sonst da noch ein bisschen viel Platz verloren geht wenn man die ganze Reihe leer lässt wie gesagt es passt ein bisschen besser zu den Akkumulatoren als zu den Solarmodulen selber aber man muss halt auch mal Abstriche machen ich bin jetzt nämlich bei meinem privaten Spielstand an dem Punkt dass mir der Strom ausgeht ich habe auch ähnlich wie hier diese Solarmodultaktik gemacht und das hat dazu geführt dass obwohl ich extrem viele Akkumulatoren habe letztendlich der Bedarf ja der Masse übersteigt die da produziert werden und gespeichert werden kann so jetzt demonstriere ich einmal das Akkumulatoren Prinzip auch damit das Inventar ein bisschen leerer wird es passt genau ihr könnt mir nicht sagen dass das Zufall ist das haben die Leute mit Absicht gemacht solche Sachen passieren nicht aus Zufall sowas passieren aus Absicht und das ist einfach richtig, richtig befriedigend für Leute wie mich die so einen Symmetrie-Fetisch haben ihr passt einfach alles es ist einfach ordentlich nun habe ich jetzt nicht ordentlich gebaut weil hier unten würde eigentlich noch eine Reihe hinpassen aber jetzt nicht gesehen aber ihr versteht das Prinzip ne ja jetzt muss man immer nochmal gucken dass da die Stromversorgung auch nochmal angeschlossen wird das kann man über verschiedene Wege lösen so zum Beispiel und da hat man da so ein kleines tolles Quadrat in unserem Fall ein Rechteck mit Akkumulatoren sehr schön gut dass gerade auch Nacht geworden ist oh mein Gott in der Zeit in der ich hier geredet habe ist dann spontan das Energieschild fertig geworden das bedeutet wir sind kurz davor ein bisschen Käferkloppen zu gehen Käferkloppe KK wie ich es so schön nenne ich habe ein bisschen den Überblick verloren über meine persönlichen äh Platzbestände ich glaube das passt so gar nicht ich kann das nämlich nicht drehen ne ne aber so vielleicht ich glaube ein Schild sind zwei vierer ja das passt und dann könnte man hier unten theoretisch noch mehr Solarmodule reinmachen Maße 2x2 Schildtrefferpunkte 50 Aufladungsrate 12 Trefferpunkte und es ist wieder ein Großangriff ja gut mit solchen Kleinigkeiten kann ich mich nicht mehr beschäftigen ich bin inzwischen zu höheren Berufen ich muss übrigens unbedingt auch den Gleisbau auf die Reihe kriegen aber auch da brauchen wir glaube ich Stahlträger ne alles steht und fällt mit den Stahlträgern dieses Mal das ist krass ich finde es krass Entschuldigen Sie ich würde gerne mein Auto ja da ist es aus der Garage holen aus dem Fuhrpark sozusagen okay denn schauen wir mal es kann ups Salah das war ein unangenehmes Geräusch es kann sein dass hier uns jetzt noch ein Käferfeld über den Weg läuft manchmal spawnen die habe ich zumindest das Gefühl aha wo sind wir jetzt hier genau wenn ich fragen darf ich habe den Flammenwerfer gar nicht mitgenommen nun ja das ist ja jetzt ein bisschen unglücklich ich glaube da müssen wir nochmal da müssen wir nochmal die Runde drehen schöne Spritztour war es ups ja wir können die auch einfach wegrammen die Bäume auch kein Problem ich kann auch warten bis ich den Panzer habe und dann können wir mit dem Panzer alles weg Amen das erinnert mich richtig an diese diese Hotwheel Dinger die man früher hatte ich weiß nicht ob es die heute noch gibt diese Fahrweise mit diesem Wendekreis und so ich weiß nicht ob das bei euch auch so war aber immer wenn man die ferngesteuert hat sind die immer aus der Bahn geflogen jedes Mal ich weiß nicht wie schlecht die konstruiert waren aber die sind jedes Mal einfach aus der Bahn geflogen so hier ist jetzt Brennstoff für den Flammenwerfer ich habe das übrigens nicht begrenzt offensichtlich sehr gut dann brauchen wir jetzt nochmal wieder ein paar Stahlträger ich stelle mich mal ich wirklich wie so eine mit so einem Klingelbeutel haben sie einen Stahlträger für mich ich brauchte noch einen Stahlträger das war maximal umständlich getrunken weil ich mit meiner linken Hand die F-Taste festgehalten habe aber ja und jetzt fehlt es wieder an den Eisenplatten war ja klar irgendwas ist ja immer ne so jetzt gehen wir mit Flammenwerfer und Raketenwerfer los ich würde die Flammenwerfer an die Stelle der Pistole packen und nur die Maschinenpistole benutzen aber eigentlich ist ja das Ziel jetzt eher mit dem Raketenwerfer zu interagieren mal schauen was wird was wird Flammenwerfer genau wie mache ich das so ja dann mach halt weg die Pistole also wirklich weg Flammenwerfer schön so dann gehe ich jetzt glaube ich erstmal kokeln so wie ich mir hoffe die Warnschiede zu legen weil irgendwann hört der Spaß auch auf ich gehe hier nicht dreimal im Kreis umher wir gehen hier oben lang und dann da durch ich fahre immer noch deswegen sollte man nie die Karteneinstellungen vornehmen während man am Steuer sitzt hier lang an der Kohle vorbei weil die Kohle so eigentlich der noch potenziell Zwischenstopp sein ok Leute Umweltschützerinnen und Umweltschützer bitte schauen sie jetzt weg äh oh ist das so ein oh ähm ist das so ein Wimworld Ding äh habe ich jetzt eine Neverending Kette hier ausgelöst ähm muss ich mir jetzt eine Brandschutzschneise bauen weil regnen tut es hier nicht ich fange mal kurz an zu hacken nur für den Fall der Fälle schnitt die ganze Karte ist entlaubt ähm ja gut ich habe mich zwar beschwert über die reichhaltige Flora hier auf dem Planeten aber so arg war es dann doch nicht ich meine die sehen ja schon ganz nett aus die Bäumchen also äh wenn die Käfer noch keinen Grund hatten auf mich sauer zu sein jetzt haben sie einen wenn jetzt irgendwie der ganze Wald abfackelt ich habe keine Ahnung wie das Brandverhalten in diesem Spiel funktioniert ich weiß gar nichts Brandrodung ist auf jeden Fall keinen Spaß glaubt ihr das taugt als Brandschutzschneise ich glaube da habe ich noch gerade rechtzeitig angefangen muss ich ehrlich sagen ich sehe es da schon am Horizont oh je kann uns das noch anderweitig auf die Füße fallen irgendwas ach so das Nachtsichtgerät oh ihr riesen Fieslinge ey diese Fieslinge huch oh da ist noch ein Wurm Entschuldigen Sie Senior Wurm seht ihr einen Schuss und schon ist der Wurm weg ist einfach nice das ist kein Wurm das ist ein Stein irgendwie ist meine Brandrodung nicht so zielführend habe ich das Gefühl ich muss mehr so hier lang Boah ich fühle mich echt schlecht muss ich zugeben aber die Ladung scheint extrem gut zu halten so wir sind durch hier bin ich offensichtlich zu erkennen in einem rosa Fleck hier ist das Kohlefeld wo ist es da ne dort hier ach so komisch aus ja wir können auch versuchen die Käfer in Ruhe zu lassen aber die zwei müssen weg also das ist genau daneben da kann man hingucken hinspucken von da aus oh ich habe Angst ich mag das nicht ich bin da eher so pazifistisch veranlagt aber wir machen das jetzt wir haben das geübt tagsüber angreifen ist immer schlau ok entspann dich entspann dich Anne alles wird gut so eins ist weg anmähn das sind ja wirklich drei Schüsse du kannst ja eigentlich schon abfeuern in der Zeit in der die noch unterwegs sind ja bitte einmal hier was was piept da so bedrohlich achso wegen meiner Landmini dafür brauchst du mir doch nicht Bescheid sagen gut weg sind sie sagen die sagen die mir Bescheid wegen ein paar Landminen ich glaube es hämmert ob mich das interessiert ich glaube nicht gut wir haben noch 39 Raketen das sollte reichen und dann machen wir das gleiche gleich nochmal und dann steht nichts mehr im Wege unserem großen Zugimperium ja wie heißt das Spiel Zug und Zug machen wir dann tolles Spiel ich mag Gesellschaftsspiele Zug und Zug ist echt nett fand ich als Kind immer gut ich habe inzwischen sogar eine Berlin Edition habe ich neulich in der U-Bahn gesehen und mit neulich meine ich irgendwann letztes Jahr ich weiß das wirkt jetzt ein bisschen eigen von mir dass ich die jetzt alle einsammle aber nun also wir der Regie in Bonnstoff ist wirklich überbewertet ähm haben wir Schrotflinte I don't know Sprengkraft ja why not I mean why not das sind alles nur Upgrades das ist nichts was noch irgendwas Neues freischaltet Lila haben wir noch nicht ne wir haben nur schwarz, gelb, grün, rot und blau Kernenergie ich habe richtig Bock habe ich noch nie ausprobiert gibt es hier Super-GAU in dem Spiel I don't know ich weiß dass es die Atombomben gibt weil uns ist der Planet ja völlig egal deswegen nach uns die sind gut ich glaube halt die sind kaputt deswegen würde ich die jetzt hier mal liegen lassen ich weiß eigentlich wollte ich mit dem Auto fahren jetzt laufe ich die Strecke oh das ist echt das ist echt ein großes ne da sind irgendwie sechs, sieben Dinger aber es ist neben einer Eisenmine wenn ich jetzt versterbe Leute dann haben wir echt ein Problem das wäre das wäre ein unglücklicher Tod wir machen wie wir es geübt haben ok 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 pfff C bin ich nicht nah genug dran irgendwas stimmt hier nicht er feuert nicht scheiße ich bin außer Reichweite ist ein bisschen traurig aber so wird es auch nichts Entschuldigung ich wollte kurz den einen kaputt machen ich kann nicht schnell genug wechseln ich bin nicht gut genug dafür schnell zu wechseln äh zwischen den Waffen ich weiß das könnte man machen aber es ist alles gut es ist jetzt hier nur eine Frage der Zeit ich bin Ritter des Giftgott ok Zero wenn du das sagst willkommen in meinem kleinen Kampfgebiet hier ich mach es nicht mit ja läuft oder läuft ich finde auch das läuft es gibt wirklich weniger gute Möglichkeiten dass es läuft jetzt wird es leider wieder Nacht dann ist unser Schild nicht mehr so wirksam da sind noch ein paar Käferchen äh so ein paar Würmerchen auch die sind nicht zu unterschätzen so ein Wurm ist nicht zu unterschätzen never unterschätze Wurm ich weiß ich müsste eigentlich nur Schiff drücken dann könnte ich die Waffe wechseln entschuldigen sie ich unterhalte mich hier gerade oh dieses Käfergeräusch ey das macht mich wahnsinnig dieses rumge- boah uff ok noch 19 Raketen niemals die Raketenanzahl aus dem Auge verlieren ganz wichtig irgendwas piepst und egal jetzt machen wir nochmal einen Wurm hier kaputt der Wurm braucht nur einen Schuss ok ich versuch's jetzt mal oh das ist der Flammenwerfer ups den wollte ich gar nicht einsetzen ich wollte eigentlich das andere einsetzen 0 wie geht's wie steht's was macht die Kunst ich kann berichten dass ich 3 von 4 Klausuren geschafft habe und eine sogar schon bestanden habe weil ich einfach gut bin ich hab sie genau mit halber Punktzahl 50% bestanden das ist nichts worauf man stolz sein sollte auf die Würmer muss man wirklich nur einmal feuern dann passt das eigentlich Entschuldigung ich bin hier gerade im Gespräch haben wir alle? ne da ist einer noch ach Gott es ist geschafft es ist geschafft Leute wir können uns war eine schwierige Zeit aber wir haben unseren Weg freigemacht dank Brandrodung und Landmineneinsatz alles sehr sehr unterstützenswerte Dinge nicht aber nun es geht hier ums Überleben das wird wahrscheinlich immer gesagt ne wenn die Dinge eingesetzt werden echt Mist ja damit war es meine letzte Klausur dann geht's richtig rund hier der Plan dann kann ich endlich mal ohne schlechtes Gewissen Faktorium mit euch spielen ich freu mich drauf so in der Zeit sind sie hier durchgebrochen nein noch nicht ganz eigentlich kann ich hier jetzt nicht mit Freude den Zug bauen weil ich weiß dass ich da im Süden auch noch nervige Kollegen habe die hier wir können die direkt noch mitmachen wenn wir jetzt nach Hause gehen und da genug äh hier Raketen sind wir haben alle Raketen verbraucht oh ich kann damit auch eine Atombombe abwerfen das sind die mit dem grünen Kopf ne nicht verwechseln mit dem mit dem roten Kopf ich weiß das kann man mal schnell durcheinander bringen aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge hier muss irgendwo ein das ist glaube ich ein Gebiet hier von Kiefern was noch nicht angezeigt wird so wo habe ich denn gebrannt rodelt wenn ich fragen darf das ist schon wieder nachgewachsen alles kann natürlich auch sein dann doch das ist so unangenehm ich dachte hier wäre ein Durchgang ah da ist der Wurm okay ich war einfach zu weit südlich ah ja hier ist offensichtlich nur noch verbranntes Baum in der Landschaft und mein Auto ich kann wieder Auto fahren ich bin übrigens immer noch weit davon entfernt warum schlingere ich so komisch meinen Führerschein zu machen ich war jetzt neulich auf der Autobahn ich habe es überlebt ich habe zwar das Testament geschrieben gehabt braucht es aber am Ende doch nicht wir haben es auch so überlebt war aber knapp würde ich gerne sagen ich saß wirklich hinterm Steuer so ja ja okay und mein Fahrlehrer hat irgendwas erzählt um mich zu berühren ich war so ja total toll ja total okay und es war halt irgendwie fast eine 3 Stunden Fahrt und ich war so verkrampft danach dass ich 2 Tage lang richtig Nackenschmerzen hatte weil ich scheinbar mich so in dieses Lenkrad verkniffen habe dass das schon nicht mehr sparsig war aber er meinte wir machen das noch häufiger mehr ich habe jetzt am Donnerstag die Nachtfahrt was eigentlich total bescheuert ist weil ich habe im ähm im Herbst Winter meine Fahrschule gemacht was bedeutet dass ich keine Raketen habe ne das bedeutet es nicht sondern dass einfach 99% der Zeit ähm dunkel war während wir gefahren sind weil ich auch immer nur so um 19 Uhr Zeit hatte oder nicht um 19 Uhr um 17 Uhr also ihr merkt langsam gehen wir echt auf dem Zahnfleisch und es gehen alle Ressourcen aus ich glaube wir müssen priorisieren den Zug es muss Eisen hier ankommen in rauen Mengen aber ich glaube das reicht nicht ich glaube die Gleisanzahl die reicht nicht für den ganzen Weg die reicht vielleicht für den halben oh ich kann da Landminen hinsetzen da wo es ein bisschen arger wird dann dann aber ich habe letztes Mal bei meinem privaten Spielstand habe ich erfahren dass die dann Umwege gehen also was Landminen angeht also die gehen nur auf die Landminen wenn man selber da ist weil dann ist man selber der stärkere Trigger in dem Sinne ähm aber wenn die jetzt hier so liegen gehen die dann gerne an Abschnitte ran die weniger gut bewacht sind ist zumindest meine Erfahrung oder eine Verschwörung man weiß es nie so genau Joker moin hi na wie geht's wie steht's genießt du das Wochenende ich habe Käfer abgeballert erfolgreich deswegen genieße ich es auf jeden Fall wir haben uns eine Schneise freigeschlagen bis hier zum neuen Eisenfeld Eisenerzfeld das wird ein großer Spaß mein erster Zug in diesem ähm in dieser Welt nicht mein erster generell aber mein erster in dieser Welt und er führt er führt kurvenreich durch die Basis dann durch ein schönes Waldgebiet an einem Kupfer äh an einem Kohlefeld vorbei was wir eventuell auch noch erschließen werden jetzt aber noch nicht weil Kohle ist irgendwie nicht so das Element was man viel braucht ne nice mein Eis ist immer gut ne und ich habe jetzt hier wirklich mein aktuelles Eisenfeld da geht gar nichts mehr das pfeift aus dem letzten Loch das haben wir da mal alles rausgeholt was ging ich mache mir ein bisschen Sorgen um das nächste Steinfeld wenn das benötigt wird weil das ist erst hier hinten da müssen wir noch eine Weile äh eine Weile Zug bauen um das zu machen so Flora und Fauna ist uns mal wieder im Weg wir müssen unsere Brandschutzschneise finden beziehungsweise unsere Brandrodungsschneise hier offensichtlich nicht oh ja schön ich glaube der Zug kriegt einen Schleudertrauma der Kurvenanzahl aber was soll man machen nicht genug Leise ich habe nicht genug Leise ich wusste es ist nicht mal die Hälfte das ist nicht mal die Hälfte Scheiße was soll ich tun was soll ich machen ich glaube wir müssen beamen können wir können da hinten schon ein paar hier Erzbörder hinstellen dann beamen wir das rüber hier das Eisenerz hm schwierig ich gehe mal die Abkürzung gar keine Abkürzung wegen der doben Solar das muss ich alles nochmal neu machen das ist alles nur vorübergehend ihr wisst ja alles nur vorübergehend der springende und beschissene Punkt an den Gleisen sind die Stahlträger ich meine hier habe ich ein paar aber das reicht ja alles nicht das ist ja alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein hä Eisen fehlt ne ich habe doch gerade alles eingesammelt ja wer Inventar lesen kann ist klar ein Vorteil ja das ist ja Henne Ei Problem ne Eisen ist ja auch nicht genug da ja sagt mir nicht zufällig dass ihr 100 übrig habt ne ne scheiße ok ähm dass wir uns jetzt hier so argumentativ in eine Ecke spielen habe ich jetzt auch nicht erwartet dann will ich jetzt mal den drastischen Weg gehen und sagen ich schneide das Ding hier von der Versorgung ab und dann sammle ich mir das da ein ich es wirkt immer so als ob das Ding kaputt ist wenn das auf einmal aus ist aber es ist einfach Tag weil es wird Tag ja ich habe übrigens mich ja die ganze Zeit beschwert dass man nicht sehen kann wie viel Strom man erzeugt ne ein Klick und tadaaa da ist es wonach ich die ganze Zeit gesucht habe was ich schon mal gefunden hatte dann wieder nicht mehr gefunden habe jetzt wieder gefunden habe ich war so hä wieso kann man denn hier nicht Produktionsstatistik hier gibt es alles außer Strom habe ich mir gedacht und dann habe ich neulich aus Versehen auf den Strommaske klickt und dann ist es mir wie Schopen von den Augen gefallen derzeitige erzeugte Stromleistung im Verhältnis zur Maximalleistung der Erzeuger also maximal werden 27,5 Megawatt Millionen Watt I don't know Gigajoule in irgendeiner gewissen Einheit die es wahrscheinlich gibt produziert das heißt die Hälfte boah ist krass ne kann man das nochmal von näher gucken ah das ist so diese aha zyklusbasiert ist das alles aha hier ist tagsüber wahrscheinlich und dann ist da nachts und in der Nacht sind die Dampfmaschinen am Tun so schaffen wir relativ gleichmäßig eine gleichmäßige Höhe finde ich gut die Lasergeschütztürme sind ein großer Stromfresser das habe ich erwartet ich habe nichts anderes erwartet he he witzig das sieht witzig aus also wir sind jetzt schon über 10 Stunden hier im Spiel und offensichtlich seit keine Ahnung etwa der Hälfte der Zeit haben wir Solarmodule gut dass wir darüber gesprochen haben schönes Gespräch gutes Gespräch so Schienen ich mache das natürlich nur um euch abzulenken damit wir damit ihr nicht merkt dass ich eigentlich darauf warte dass da das Eisen voll läuft war eine fiese Taktik von mir aber hat funktioniert so mag ich meine Taktiken am liebsten es liegt hier alles sprach liegt es weil ich zu wenig Eisen habe und es bricht mir das Herz wenn sich die Räder nicht drehen und die Fabriken still stehen das bricht mir das Herz hier ist noch eine Landmine vom Außeneinsatz übrig geblieben ich versuche jetzt mal aber ich glaube das ist kein guter Plan vom Auto auszubauen ja lass die Käfer das machen andersrum falschrum, falschrum, machs weg aufhören, drehen ja doch, es geht ok, ich fahre im Kreis währenddessen ja das ist eine Kack, Bock, Drecks, Mist, Scheiße da habe ich den Wald schon gerodet und was jetzt? nix Baum kaputt Baum oder Auto das ist hier die Frage ah gut, im Vergleich dazu wie viel Wald hier vorher war ist das jetzt natürlich die einfachere Variante ich glaube die Bäume wachsen nach oh je oh je, Mini das haben wir uns hier eingehandelt ich war immer so irre auf meinen anderen Karten so wenig Bäume, warum, was ist da los, ich bin traurig im Nachhinein bin ich nicht traurig so ein Wald ist eine echte Belastung ich sag's euch ich steh doch direkt daneben das kann nicht außer Reichweite sein so genau jetzt bauen wir über das Kohlefeld genau rüber Anne das hast du dir richtig gut überlegt das ist eine richtig gute Idee da muss man erstmal drauf kommen auf die Idee und das fuckt mich so dermaßen ab, ne du kannst die Gleise so nice in langer Länge jetzt mach das weg leg's aus der Hand danke man kann die so geil ähm, verlegen auf diese schnelle Art und Weise aber man muss sie einzeln wieder einsammeln und dann denke ich mir so das habt ihr doch mit Absicht gemacht ihr Arschgeigen wirklich da ist doch einfach eine gewisse ein gewisser Zynismus der da mitspielt so, hier ist nochmal ein Stück Wald Baumwald immer mit dem Ziel vor Augen das Eisenfeld ist das Ziel und nichts anderes habe ich die Zugstation eigentlich dabei 2 oooooow oooow es ist so knapp oowow das tut mir jetzt aber wirklich weh das ist weh tut Und ein Pakt mit dem Instrument der Sehnsüchte schließen. Weißt du, Simon, du laberst schon wieder. Was ist da los? Was ist los bei dir? Ich verstehe nur Bahnhof. Aber wir können keinen Bahnhof bauen, weil uns die Schienen ausgegangen sind, kurz vorm Ziel. Ich möchte weinen. Ich habe noch eine kaputte Landmine im Gepäck. Die lasse ich jetzt einfach hier. War es auch die kaputte? Das muss man schon mehr lassen. Also, schlechtes Karma kann ich. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, Anne, wenn du jetzt ein bisschen besser gebaut hättest, ein bisschen weniger Kurven, dann vielleicht. Aber ja, ich bin den Schleier vorgedrungen, kann einen Pakt mit einem Schleiergurt schließen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Ähm, würde ich machen. Wenn da der Vertrag nid- und nagelfest ist und es kein nichts Kleingedrucktes gibt, warum nicht? Spricht ja nichts dagegen. Ui, fahren wir wieder mit unserem Hotwheel-Auto nach Hause. Ja gut, jetzt werdet ihr sagen, ja, Anne, das ist halt kein, äh, Rennspiel. Da ist es okay, wenn sich das komisch steuern lässt. Naja. Gibt hier viel Tiefkleingedrucktes. Dann wäre ich wiederum vorsichtig. Wenn man, ich glaube, äh, ich glaube, Silo spielt, äh, mal wieder ESO. Äh, das holzt online. Gehe ich da recht in der Annahme. Aber Joker, guter Guest. Vielleicht irre ich mich auch. Silo, erleuchte uns. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn du eh so den Rücken, den Rücken gekehrt hättest, muss ich zugeben. Wo spielst du das? Da hat er ja recht. Der Joker hatte recht. Was ist da los mit dir und ESO? Habt ihr euch gezankt? Muss man da vermitteln, tätig werden. Was ist da los? Warum habe ich zwei Pistolen in meinem Inventar? Eine reicht nicht. Zwei. Jede für eine Hand. Jetzt wissen wir spätestens seit Tomb Raider, dass das so funktioniert. Was brauche ich? Genau. Äh, Stahlträger oder Eisenplatten oder beides. Oh, warum sind die Stahlträger auf einmal voll? Was passiert? Was ist passiert, als ich weg war? Jetzt, also vielleicht tut die immer nur so, die Fabrik, dass die so schlecht läuft. Und eigentlich läuft die total gut. Und immer wenn ich weg bin, läuft das alles hier. Und immer wenn ich da bin, tun die so, als ob das, als ob das keinen Sinn ergibt. Oh, da ist ja schon, da ist ja schon der Bahnhof. Ist das schon die Heimatbasis? Ja, das ist die Heimatbasis. Ach, gut. Zwei Lokomotiven brauchen wir auf jeden Fall. Und dann brauchen wir in unserem Fall Güterwaggons. Weil wir wollen ja Eisenerz verschiffen, ne? Wir machen da nicht, wir machen da nicht noch Platten draus. Das wird alles hier ablaufen, oder? Wie seht ihr das? Ich bin, ich weiß nicht, unsicher. Ich bin, ich weiß nicht, unsicher. Also, es gibt eine Lokomotive vorne. Dann gibt es einen Güterwaggon. Dann müssen wir das Ganze noch mit Kohle versorgen, damit es fährt. Es ist aber gar nicht schwer, weil da ist die Kohle quasi schon direkt vor der Türe gelegen. So, wie sich das gehört. Muss ich das jetzt splitten? Ja, natürlich muss ich das splitten. Entschuldigung, das war jetzt gerade für ein Gedanke. Ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal in beide Richtungen gleichzeitig. Genauso funktioniert das Spiel. Sehr gut. Wir sehen uns übrigens inzwischen mal 50 Stunden, ne? Ich muss nur noch ungefähr das 100-fache raufhängen, um mit den meisten Leuten, die hier irgendwie in dieser Kategorie unterwegs sind, mithalten zu können. Ist doch ein Klacks, oder? Das kriegen wir doch hin. Ich war gerade so, hä, wieso ist das ohne Strom? Da steht doch ein Strommast. Ja gut. Denken ist heute nicht mehr so mein Ding. Lassen wir mal lieber. Ihr kommt als nächstes dran hier. Nicht übermütig werden. Ihr seid die Nächsten. Sobald dieser Zug hier fährt und halbwegs ordentlich implementiert ist, wird da keine Käferbutze auf der Käferbutze gelassen. Im wahrsten Sinne des Wortes so. So, das sollte reichen. Drei Waggons. Mit 150 Stunden kommst du nicht nah dran. Nee, ich hab 50 und 50 mal 100 sind 5.000. Und so, ich habe eine Stichprobe von ungefähr 10 Leuten, die seitdem ich hier faktorisch spiele, da waren und mit ihren Zeiten geprallt haben, was meiner Meinung nach nichts ist, womit man geprallen sollte. Aber anderes Thema. Und da war so was von 2.000. Ich glaube, Top war 7.000. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Können auch 9.000 gewesen sein. Auf jeden Fall dachte ich so, der Mittelwert. Einigen wir uns auf 5.000. Ja, das ist auch mehr Mathe, als ich mich jetzt mit beschäftigen möchte in meiner Freizeit. So, ich glaube, man braucht vorne und hinten Cola sicher weiß es nicht. Ach, hab das falsch verstanden. Ist okay, vielleicht hab ich es auch falsch gesagt. Kann auch sein. Das ist nie auszuschließen. So, vorne und hinten. Der Zug ist auf der rechten Seite. Die Haltestelle. Das ist ganz wichtig. Sonst kann dieser Zug nicht fahren. Weil der tut zwar so, als ob der intelligent wäre, aber nein, nein, nein. Wenn der nicht auf der rechten Seite ist, dann die Haltestelle, dann fährt hier gar nichts. Dann sagen die, wir machen jetzt hier Feierabend. Was sagen die dann? So, Leute, aber die Odyssey hat jetzt gleich bald ein Ende. Ich mach das immer so, dass ich dann auf den Gleisen langfahre. Sagte sie und fuhr gegen die Wand her. Und vor Ort hatte ich Glück. Du hattest Glück, das ist schön. Oni sind zwar für Sionika ganz nett. Aber ich bevorzuge die Baul oder Baui? Ist ein L, Baul. Bauzi, so heißen diese komisch Klöße. Ich glaube, auf koreanisch. Detail Klöße. Ops, Allah. Ups, Allah. Und noch ein Baum, und noch ein Baum. Du hast doch gerade echt versucht, so viele Fremdwörter wie möglich in einen Satz zu packen, oder? Sionika, sei ehrlich. Ach, es ist soweit. Also. Passt hier, oder? Mit der Zughaltestelle. So. Wir bauen die Haltestelle. Es ist soweit. Auf die rechte Seite, ne? Das ist die Haltestelle. Eisenfeld. So. Und jetzt. Das finde ich sehr geil, dass man das auch von der Entfernung her machen kann. Möchten wir einen automatisch fahrenden Zug von Homebase nach Eisenfeld. Und zwar, Homebase ist leeres Frachtinventar. Eisenfeld ist volles Frachtinventar. Die Baol sind Planiloide. Die haben ein Relikt, was einen Planeten in eine Gaia-Welt verwandeln kann und mit Nu-Baol kolonisiert. Ich wollte kalorisiert lesen. Ah, jetzt fängt der schon wieder an mit dieser Scheiße. Ah, das macht mich wahnsinnig. Ich war einmal im Forum deswegen. Das mache ich nicht nochmal. Die Link-Lock ist falsch. Jetzt kommt auch noch die Richtung der Lock dazu. Also die Leute haben doch wirklich... Wir haben sie doch nicht mehr alle hier. Gut. Ist aber auch nicht schlimm. Das kriegen wir hin, wenn wir wieder zu Hause sind. Kümmern wir uns jetzt erstmal um den Schmarrn hier. Ist wirklich... Also bei sowas, da sage ich... Da sage ich nein. Da weigere ich mich. Da wehre ich mich. So, damit diese Außenposten hier aber funktioniert, brauchen wir eine relativ große Fläche von Solarmodulen und Akkumulatoren. Jedes Mal verspreche ich mich bei diesem Wort. Jedes Mal. Es ist doch wirklich nicht mehr Zufall. Es ist doch schon... Es ist doch schon Methode. Das Gute ist, wir haben hier ein bisschen... Äh... Klippe. Klippe ist natürliche Wand. Das ist die Definition von Klippe, wie sie im Duden steht. Eine Klippe ist eine natürliche Wand. Klippe ist eine Klippe, wie sie im Duden steht. Jetzt... Das alle. Jetzt wirkt es so, als ob das, ähm... Ein Unglück war. Aber nein, es war natürlich so geplant. Ist ja klar. Ja, es war natürlich auch geplant, dass ich kein Umspannwerk mehr dabei habe. Logisch. Boah, bin ich schlecht vorbereitet. Das ist ja... Geht ja auch keine Kuhhaut hier. Ich stelle einfach schon mal ein paar Eisenförderer hin, oder? Dann haben wir die Sache schon mal grundlegend ins Trauen gebracht. Mein Gedanke wäre jetzt, weil hier ist nicht so viel Platz, ähm... Zu sagen, das kommt alles hier oben lang. So ein bisschen ums Eck. Muss aber auch nicht sein. Wir könnten auch einfach hier so eine Mittellinie durchziehen. Und dann... Ja, läuft das alles hier irgendwie so an. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm... Wir können auch mit Stahlkisten arbeiten, theoretisch. Das alles... Irgendwie erst mal eine Kiste packen, oder so. Also, ich hab da einfach noch keine... Wie sagt man, ähm... Jetzt sind mir sogar... Okay, ich bin wirklich sehr schlecht falsch. Also, ich bin wirklich sehr... Sehr schlecht vorbereitet. Jetzt sind mir sogar die Fließbänder ausgegangen. Vor lauter Schreck. Das ist, äh... Nun. Wenn ich das so mache, ist da kein Platz mehr für Verteidigungsanlagen. Das ist nicht gut. Wir müssen uns schon verteidigen. So. Ich glaub, dass ein Akkumulatorenfeld reicht. Akkumulatoren? Die hab ich wenigstens. Nichts anderes hab ich mit hergebracht, aber die Dinger hab ich. Und schaut euch an. Ich möchte nochmal vorheben, wie toll das alles zueinander passt. Das ist so schön. Das ist schon wieder... Ja, weiß ich auch nicht. Zu schön ist. Zu schön, um wahr zu sein. Wie ich hier ein tolles... Tolles Feld... Mit Akkumulatoren machen kann. Oh, nein! Das reicht nicht! Oh, das sind Dinge, die schmerzen anders. Das tut anders weh. Gut. Machst du nichts, da guckst du nur, sag ich immer. Wie machen wir die daneben? Ja, es ist wirklich traurig. Also heute ist irgendwie schlechtes Karma unterwegs hier. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist hier heute falsch. Wir haben mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was auch immer. Joa, geht nicht anders. Machen wir einfach möglichst viel. Hier ist das Motto, viel hilft viel. Deswegen machen wir viel. Da können wir noch... Ah, wir haben ja keinen mehr. Ich wollte gerade sagen, da können wir vielleicht noch Akkumulator in die Mitte stellen. Können wir nicht. Haha, können wir nicht. Witz, komm raus. Das sieht jetzt viel aus, aber ich glaube, das wird am Ende nicht reichen für die ganzen Erzförderer. Die Erzförderer sind, ich möchte nochmal betonen, ich kann es jetzt nicht anzeigen, weil ich nicht in meiner Basis bin, aber das sind die, die am meisten Strom verbrauchen von allen Dingen, die da in meiner Basis gerade so tätig sind. Wir könnten auch überlegen, da eine Kohle, äh, eine, ihr wisst schon, Dampfmaschinen-Ding hinzustellen. Wir haben da ja direkt Wasser daneben. Vielleicht wäre das in dem Sinne die platzeffizientere Variante. Und dann hätten wir halt da... Ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Ich habe hier irgendwo noch... Irgendwo in dieser Basis befindet sich irgendwo noch eine Dampfmaschine, die ich irgendwann mal gebaut habe und nicht verwendet habe. Die können wir jetzt benutzen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? So viele Müllkisten habe ich nicht. Ich glaube, wir finden die. Wenn wir uns Mühe geben. Dann brauchen wir natürlich hier, ihr wisst schon, Geschütztürme und alles. Und das ist alles noch nicht da. Weil überall das Eisen fehlt. Oder es ist da. Auch, okay. Kann ich mit leben. Gut, wir brauchen zwar eigentlich nur noch einen Akkumulator, aber nehmen wir trotzdem noch 50 mit. Dann, was brauchen wir noch Schönes? Schöne Dinge. Noch ein paar mehr Dinger hier. So, und jetzt mache ich ganz oft Alt-F4, damit mein erster Herrscher auserwählt wird. Okay, warum musst du dafür Alt-F4 drücken? Was hat das damit auf sich? Wird er sonst nicht auserwählt? Ist das die, wie sagt man, die Reputation, die man haben muss, um Herrscher zu werden bei dir? Man muss besonders oft Alt-F4 drücken. Stahlträger. Weil das fände ich etwas merkwürdig. Im Iron Man Modus kann man nicht speichern. Ah, du machst den Iron Man Modus. Ich verstehe. Ein Iron Man speichert natürlich nicht, selbstverständlich. Kupfer? Kupfer? Es mangelt an Kupfer. Was ist das denn für ein profanes Element? Wer braucht denn sowas? Diese Rohre, ne? Diese 100.000 Rohre, die ich im Moment habe und nicht verwenden werde. Egal. Gut. Damit ich jetzt hier nicht weiter trauern muss. Gucken wir uns die Sachen nochmal ganz genau an. So, also. Eine Lokomotive, liebe Freunde. Kann nach automatisierten Fahrplänen fahren und Schienenfahrzeuge ziehen. Die Betonung liegt auf kann. Nur wenn man es richtig macht, dann kann sie das auch. Aber hier wird es langsam unglücklich. Also, es gibt einen Zug. Und dieser Zug Sionik und Gehnmanipulation sind meine liebsten Effekte. Okay. Das ist natürlich nice. Also. Wir haben ja alle schon mal grundsätzlich so, also wahrscheinlich haben wir alle Harry Potter geguckt. Wir wissen, wie die Vorderseite eines Zuges aussieht, oder? In diesem Fall würde ich mal bedeuten, also, meine Logik links in diesem Falle ist diese Rammenformation, das ist die Vorderseite des Zuges. So. Und meine innere Logik würde jetzt sagen, hier muss die Startposition, also die nach vorne da, weil das ist ja quasi die rückläufige Ansicht. Hier kommt er ja so, kommt er an. Und er muss jetzt auf der anderen Seite die Ramme nach links. So. Würde ich das jetzt mal verstehen. So. Geht es jetzt? Jetzt haben wir keinen Brennstoff. Aber die warten auf einen freien Platz im Ziel. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin verwirrt. Ich glaube, das Spiel ist auch verwirrt. Das ist okay. Im Zweifel kann der Zug auch schieben statt ziehen. Ne, kann er eben nicht. Wir haben ja gerade gesehen, ich hatte ja gerade vorne und hinten die Dinger dran und dann hat er gesagt, er kann das Ziel nicht erreichen. Was ja daran gelegen hat, also wenn man sich fragt, woher hat er gelegen, dann würde man sagen, es lag an der falschen Positionierung. Und ja, Führerhäuschen, Loks, Zugloks, Fahrerhäuschen, ihr wisst schon, was ich meine. Das, womit sich das Ding in Bewegung setzt. So. Genau. Ähm. Um mal ein paar Rohre aus dem Inventar loszuwerden, würde ich doch ganz stark darauf plädieren, dass ich mal gucke, wo ich meine Dampfmaschine untergebracht habe. Hier ist zumindest die Gewässerpumpe und hier ist die Dampfmaschine. Ist doch alles da. Oh, aber der Plan scheitert sich an der Tatsache, dass wir dafür Kohle brauchen. Ich glaube, den Plan verwerbe ich wieder. Habe ich nicht zu Ende gedacht, bin ich ehrlich. Ich weiß, hier ist ein Kohlefeld. Zwei sogar. Ich weiß, wir wollen das auch mitnehmen. Aber ich werde jetzt nicht Teile des Frachtinventars für die Kohle, das mache ich nicht. Also, ne. Das mache ich nicht. Dann nehme ich lieber noch ein paar Mauern mit und mache den Bereich größer. Und Powder packt da noch ein paar mehr Solarmodule hin. Aber so weit reicht dann meine Freundschaft doch nicht. Als dass ich da jetzt irgendwie nicht mich noch hier mit Kohle auseinandersetze. Emotional und körperlich. Oh, sie sind fast durch. Ich sollte vielleicht kurz der südlichen Front einen Besuch abstatten. Nur ganz kurz, um mal eine neue Perspektive reinzukriegen. Bessere Luft und so. Oder schöneres Wetter. Man weiß es nicht. Die zwei sind alle. Die müssen ausgetauscht werden. Ach ja. Da fällt mir just in dem Moment ein, dass ich ja neue Mauern holen wollte, weil ich keine mehr habe. Nicht wahr? Ja. Also, man kann mir vieles nachsagen. Aber besonders intellektvoll bin ich nicht um 21.45 Uhr. Und jetzt die Mauern. Stay tuned. Wir kriegen das hin. 300 Mauern im Inventar. Wunderbar. Bitte lass uns dieses Mal nichts vergessen. Wir nehmen jetzt einfach alles mit, um die Sache fix und fertig zu machen da drüben. Wir sollten noch ein paar Eisenplatten mitnehmen. Dann fällt mir da bei dem Eisenplatten mitnehmen, weil wir keine mehr hier haben, weil das ganze Eisen verbraucht wird. Es entbehrt einer gewissen Ironie nicht. Da möchte ich ganz ehrlich sein. Oh, ich glaube, ich sehe da eine gute Quelle. Genau. Lauf doch einfach gegen das Fließband. Das dauert dann länger. Dann haben wir alle länger was davon. Klingt doch nach einem guten Plan. So, weil ohne Erzförderer macht das alles ja auch keinen Sinn. Und ich will jetzt nicht 20 Mal hin und her fahren, nur bis hier dann wieder das läuft und dann läuft es da drüben wieder nicht und tritra tralala. Wir sind ja nicht bei Ringelbeats mit anfassen. Also wirklich. Und der Zug, der wartet da jetzt. Der braucht Greifarme. Habe ich genug Kisten? Habe ich genug Holzkisten? Ich habe da ja ein ganzes Wald abgeholzt. Wird erst mal eine Weile reichen. Hier ist der Radar. Ich bin zwiegespalten. Also bei meinem privaten Spielstand habe ich zu meinem einen Außenposten, wo ich aber in dem Fall keinen Eisen, sondern irgendwas anderes, ich glaube Öl, mir herhole per Zug. Mann, jetzt fahr doch da ums Eck. Das ist doch... Da brauchst du doch nur eine Dreipunktwendung machen und dann geht das doch. Wirklich einmal mit Probis fahren. Auf jeden Fall habe ich da lange überlegt, ob ich da ein Radar hinbaue oder nicht. Weil wir wissen, alle Radare sind quasi magnetische Anziehungspunkte für Krabbelkäfer. Es tut mir wirklich leid, aber die Bäume sind im Weg. Ich kann da nichts machen. Deswegen ist es natürlich eigentlich klüger, nicht unbedingt den Fokus der Krabbelkäfer auf dieses Gebiet zu legen. Andererseits, wenn man kein Radar hat, ist man auch wie blind. Und dann weiß man halt gar nicht, was da abgeht. Nun habe ich hier noch Käfer in der Nähe. Wenn ich jetzt hier wirklich gar keine Käfer mehr hätte, dann würde ich drüber nachdenken, keinen da hinzubauen. Aber so gesehen wäre mir das doch lieber. Sieht so komisch aus. Was ist das? Das ist eine andere Art von Schieferwand. Okay. Alles klärchen. Wir wissen mal Bescheid. Eigentlich mache ich die Nachtansicht inzwischen lieber. 25 Prozent. Das ist ein Paar Psyonica zu primitivem Lebens... Hm? Ach so. Ein Paar Psyonica können zu primitivem Lebensraum werden mit 25 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ist das viel oder wenig, ist jetzt die Frage. Kommt immer drauf an, ne? Weil ich meine, hier aktuell habe ich, glaube ich, was die Produktion der Käfernester angeht, bin ich gerade bei 55 Prozent kleinen Beißern und 44 Prozent mittelgroßen Beißern, beziehungsweise 8 Prozent kleinen Speiern und 91 Prozent... Ah, nee. 91 Prozent kleine Speier und 8 Prozent kleine Beißern. Ähm. Und ich sage euch, die kleinen Beißern sind echt anstellt, äh, die kleinen Speier sind nicht anstellt. Krieg dein Vokabulari mal straight an, ne? Das ist ja wirklich unaushaltsam hier. Das tut mir sogar selber wie beim Zuhören. Ich sitze aktiv dabei. Ja, danke. Ich wollte jetzt hier gerade zumachen, aber es macht ja überhaupt keinen Sinn. Es macht schon mehr Sinn, da zuzumachen, wo auch der Zug noch in der Basis ist. Und nicht, dass da die Zugspitze rausschaut. Das wäre ja irgendwie ein komisches Bild, was da abgegeben würde, finde ich. So, haben wir genug Materialien, um zwei Türen zu bauen? Ja, wunderbar. Also, ich meine, Tore selbstverständlich. Ist ganz anderes. Tür und Tor. Da öffnen sich Tür und Tor auf jeden Fall. So, ich werde es jetzt machen. Es muss ein Rechteck sein, es geht nicht anders. Ich muss dann die andere noch mal wegnehmen, die andere Wand. So viel Zeit muss sein. Dann können wir hier auch noch einen zweiten, ähm, ich habe mich mal wieder selber ausgeschlossen. Einen zweiten großen, wie heißt das nochmal, Stromverteiler da hinbauen und Umspannwerk. Und dann, ja, hoffen wir einfach toi, 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 dass das klappt mit der Stromversorgung. Oder? Das klingt doch nach einem Plan. Ich glaube, ich nehme den Weltenfresser. Mach das mal. Der klingt auf jeden Fall kompetent. Wenn du mich fragst. Oh, shit. Oh, shit. Da sind nämlich die Speyer. Ich fürchte, die werden da gleich... Gut, der Radarschirm. Der war jetzt... Also um den ist es mir nicht schade. Kurze Frage. Okay, die kommen von da unten wahrscheinlich, ne? Ja. Ist der nächste Punkt, den wir ansteuern. Aber ich bin doch jetzt hier kein Angsthase. Ich gehe doch jetzt nicht sofort los hier und kümmere mich darum, also wer bin ich denn? Nee, nee, nee. Die müssen sich schon nach mir richten. Hier die Käfer und nicht ich nach ihnen. Ich bitte euch. Danke. Einmal funktionieren. Heute noch. Und dann haben wir das. So. Dann werde ich jetzt den Fehler von vorhin korrigieren. Erstmal stelle ich das da hin. Und hier den letzten. Wunderbar. Die sind auf jeden Fall vollgeladen. Immer noch wird ja auch nichts verbraucht. Also von daher... Ist auch nicht verbraucht. Oh mein Gott, ich bin die faszinierte Person zwischen hier und Mexiko. Ja. Ja. Ja, ich habe die Fließbänder vergessen. Ja. Ich bin extra zurückgegangen, weil ich keine Fließbänder mehr hatte. Was habe ich vergessen mitzubringen? Genau, Fließbänder. Ja. Genau so ist es passiert. Eins zu eins. Das ist, ähm... Ja. Die Trauer ist groß in mir. Ich will jetzt einmal kurz dahin zurückfahren. Ich glaube, die tun mir jetzt nicht so viel, die Bäume. Wenn ich dagegen fahre. Hier. Erstmal die Wand verdicken. So. Ja, okay. Das ist ein bisschen viel. Aber da waren nur noch Speyer am Werk. Hier. Die Verwüstung angerichtet haben. Außer Reichweite. Die befinden sich außer Reichweite. Und ohne Arme keine Kekse. Das hat schon unser allerliebster Kung Fu Kämpfer, Kung Fu Panda, Po selber rausgefunden. Ich finde es übrigens sehr bezeichnend. Po war damals mein Lieblingstil, der Tabi. Und mein Lieblingstil sind Panda-Bären. Und dann kommt einfach ein Kung Fu Film mit einem animierten Panda-Bären raus. Und der heißt einfach Po. Ich glaube, das ist Schicksal. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Fällt mir gerade ein, weil ich den Trailer für den neuen Kung Fu Panda Teil gesehen habe. Genau. Ja. Ich habe schon gerade wieder vergessen, warum ich hier bin. Vielleicht sollte ich mich mal untersuchen lassen. Das liegt ja wirklich nicht mehr klar. Also. Ich habe keine Eisenplatten an. Du brauchst gar nicht danach gucken. Es sind keine Eisenplatten da. Die sind erst da, wenn du deinen verdammten Zug auf das Ganze kriegst. Ich fand ja auch die Serie ganz gut. Die Kung Fu Panda Serie. Habe ich nicht geguckt. Aber es ist schon genial gewesen. Ich meine, ich glaube. Wer spricht nochmal? Haber Kerkeling spricht den auf Deutsch, ne? Weil im Englischen ist das ja Jack Black, oder wie der heißt. Der auch School of War gemacht hat. Was inzwischen, glaube ich, übrigens ein Ancient Film ist. Ich glaube, der war schon alt, als ich jung war. Und jetzt ist der noch älter. Ich habe da jetzt gerade einen Reel dazu gesehen. Zu der Sache, dass die, was weiß ich, wie die Leute heutzutage heißen. Gen Z oder was auch immer, diese alten Retro-Filme total toll findet. Ähm, sowas wie Mean Girls, was einfach Anfang von Anfang 2000 gedreht wurde, was einfach nicht alt ist. Aber für die ist es schon alt. Und es ist einfach 20 Jahre jetzt alt. Und deswegen ist es alt, aber es ist trotzdem ein weirdes Konzept. Besser als die Pinguine. Pinguine von Madagaskar, meinst du? Ähm, und ich muss sagen, also Madagaskar ist auch so ein Film, der ist in meinen Augen ziemlich schlecht gealtert, was die Animation angeht. So ein bisschen wie Shrek. Shrek kannst du dir gar nicht mehr angucken. Da kriegst du wirklich, da fallen dir die Augen aus. Ähm, oder Ice Age. Oh, der erste Ice Age, der ist richtig heftig schlimm. Ähm, ich habe es irgendwann nochmal versucht. Jetzt wo Disney Plus dann so angefangen hat. Das ist auch schon wieder drei Jahre hergefühlt. Ähm, habe ich das nochmal versucht. Ging gar nicht mehr. Ging gar nicht klar. Und dann, ähm, genau. Madagaskar war schon nice damals. Aber irgendwann war auch, war, war auch gut, fand ich. Vor allen Dingen dieses, dieses Song, da, dieses I like to move it, move it. Das war dann irgendwann einfach, ja. Da war dann irgendwann die Luft raus in meinen Augen. Die Serie habe ich nie gesehen. Ich bin auch gerne, ich weiß, es gibt auch eine Frozen-Serie. Ich bin ein großer Fan von Frozen, selbstverständlich. Äh, auch nie gesehen. Rapunzel-Serie. Rapunzel, der neue Rapunzel. Einer der besten Disney-Filme überhaupt, finde ich. Ich lieb's einfach. Einfach richtig toll. Äh. Ja. Ja. Das ist noch nicht verbunden. Uppala. Ich wollte ja, ich sage, der einzige Sinn war, dass ich das hängen gebaut habe, dass ich das verbinden wollte. Spiel. Ich weiß nicht, Entschuldigung, hallo, hallo. Ich glaube, ich klopfe, klopfe, dass du's verstanden hast. Ich wollte das miteinander verbinden. Okay. Och Gott. Es war wirklich eine Odyssey. In zwölf Akten. Also. Das ist wahrscheinlich total unklug, das alles vollzubauen, ne? Weil, ach, egal. Über solche Kleinigkeiten mache ich mir noch keine Gedanken. Ich bin für die großen Themen hier und nicht für so kleine Kleinigkeiten. Ja, auf jeden Fall habe ich diese Serien alle nicht gesehen. Gut. Um diese Geschichte auch nochmal zu einem Abschluss zu führen. Aber es war schon nice. Diesem Lächeln und Winken war schon spannend. Öööö. Okay, das ist, glaube ich, ein etwas großes Frachtinventar. Ähm. Oder sind es 50 oder 100, die da gesteckt werden? 50. Ach, trotzdem. Die müssen ja alle drei voll sein. Boah. Ich fand, den zweiten gesteckten Kader ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie der FSK 6 erreicht hat. Okay. Im Sinne von, er war brutaler als FSK 6 oder er war nicht mal brutal genug für FSK 6. Da geht's ja in beide Richtungen. Ich hab zum Beispiel den Mario noch nicht gesehen. Den neuen Mario. Und meine Freundin hat die mit ihrem Sohn gesehen. Und die meinte, der ist jetzt so 6, glaube ich, oder 7. Dass der sich in die Hose gemacht hat. Dass der richtig gruselig war. Mit Bowser und so. Es ist immer spannend, wie unterschiedlich da die Empfindungen sind. Man sah Leute direkt sterben. Okay. Alles klar. Aber okay. Bambi, da stirbt zumindest ein Reh. Also ich glaube nur an sich der Tod. Ich weiß nicht. Das kommt, glaube ich, auf die Art und Weise des Todes, oder? Egal, das ist aber 6 Mal. Ja, weil der 7 Leben hat wahrscheinlich, ne? Vermute ich. Ich glaube, allein das Konzept von Tod. Und wenn es halt keine Menschen sind, die sterben. Ich hab keine Ahnung, wie das FSK-technisch da abläuft. Sollen wir Tiere? Also, I don't know. Meine einzige Referenz, die ich da anbringen kann, ist Bambi. Da wird aber nicht rumgestorben. Äh, ganz altes, ganz alter Disney-Film, wovon ich noch eine Kassette hatte. Es gab früher Kassetten, die so die Storys von Disney-Filmen nacherzählt haben, wo teilweise auch so die Lieder noch mit drauf waren. Er hatte ich von Kapp und Kappa. Das ist eine Geschichte von einem Fuchs und einem Hund, glaube ich. Die halt so Freunde werden. Dann ist da irgendwie so eine alte Oma, die irgendwie stirbt oder kurz vorm Sterben ist und dann ihren Hund da irgendwie loslässt. Und dann lebt er, also ich krieg die Story nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, da ist er auch jemand gestorben. Das war auch für Kinder. Ein Diener von Bösewicht wurde von einer Säureplatz gefressen. Übrig blieb nur das Skelett. Ja, gut. Ja. Keine Ahnung. Da hat vielleicht mal jemand ein Auge zugedrückt. Kann ja sein. Einfach mal ein Auge zugedrückt. So, ich würde jetzt... Oh, oder? Erstmal speichern. Und dann würde ich jetzt hier einmal rumgehen und versuchen, die alle anzuschließen. Ah ja, da wird direkt akkumuliert hier und deakkumuliert. Die Diener sollten einen Menschenbrücke bilden und sind alle runtergefallen. Ja gut. Also ich glaube, so Massensterben, was man nicht sieht, gibt es in Cartoons extrem viel. Also wenn man manchmal drüber nachdenkt, wie brutal einige Sachen sind. Und zum Beispiel auch Beanies und Ferb und so, überall, wo es so Bösewichte gab, die sind ja immer richtig brutal behandelt worden. Äh, hier selbst Pokémon, ja, hier Team Rocket ist bestimmt nicht angenehm, immer durch die Luft zu fliegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das ein besonders netter Umgang ist mit Menschen. So, das war einer zu viel. So, einmal kurz gucken. Sanity check, jawohl. Strom läuft. Wir können mal kurz gucken. Erzeugung 4,9. Und Verbrauch ist jetzt schon mit den Laser-Geschützt-Türmen und so, das wird auf jeden Fall ordentlich. Der Katerpkab eine blutende Schnittwunde an der Stirn. Du, ich kann jetzt hier nicht jede Szene von diesen Filmen bewerten. Ich glaube, das wird schon alles, das wird schon alles mit rechtem Ding zugegangen sein. Ich weiß nicht, wie alt du warst, als du den Film gesehen hast, aber aus dir ist ja doch noch was geworden. Letztendlich. Und ich meine, ich weiß, ich war so jung, als Harry Potter rauskam, war ich zu jung, um den zu gucken. Ich durfte, glaube ich, erst den vierten Teil im Kino gucken mit meinen Eltern. Ich glaube, mein Vater, ich glaube, meine Frau war nicht dabei. Aber ich weiß, dass wir zu Hause den zweiten Teil geguckt haben, was ja ungefähr der gruseligste Film zwischen hier und keine Ahnung wo ist. Mit diesen Spinnen. Und mein Vater wollte halt nicht, dass wir große Angst haben. Der wollte halt nicht erzählen, dass da Spinnen vorkommen. Und er wusste das aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob er den Film schon gesehen hat oder ob er davon gelesen hat. Und er hat dann so gesagt, so Kinder, jetzt kommt gleich was ganz, nicht was ganz Schlimmes. Jetzt kommt gleich was, wo ihr mal weggucken solltet. Und ich sage euch, wenn es vorbei ist. Und dann, naja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Spinnen gesehen habe. Ich fand es sehr verstörend. Ich aber, was mich, oh, also es gibt viele Dinge, die mich als Kind verstört haben. Ich bin ein sehr ängstliches Kind gewesen, so oder so. Und noch heute ist mir alles zu gruselig. Ich wiederhole gerne, was ich neulich schon mal im Stream gesagt habe. Ich habe Far Cry 4 abgebrochen, weil es mir zu gruselig war. Und das ist kein Spiel, was wirklich gruselig ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich Galileo irgendwas geguckt habe. Es war nicht mal Mystery, das war, glaube ich, eine normale Galileo-Folge. Und da wurde irgendwas erzählt über blutsaugende Fledermäuse. Also, die gibt es halt irgendwie bei so Eseln und I don't know irgendwo und schießt mich tot. Und ich habe diese Folge gesehen und ich hatte so Angst, weil ich unter dem Dach damals gewohnt habe. Und das hieß irgendwie in dieser Folge, dass ich die leben unterm Dach. Ich habe wirklich jahrelang mich nicht getraut, den Fuß unter die Bettdicke zu strecken, weil ich dachte, mich beißt die Fledermaus. Was ein bisschen weird ist, weil ich dann später, als ich jugendlich war, genau in diese Twilight-Phase reingegangen bin. Und dann war es auf einmal voll cool mit den Blutsaugungen. Ist ja logisch. Und dann war also Team Edward, Team Edward. Und dann war es wieder cool. Und dann war da diese eine Winnie-Boot-Kassette. Das über Parasiten sind auch übel. Oh mein Gott, ich weiß, meine Mutter hat uns vorher manchmal die Apotheken umschauen mitgebracht. Ich weiß, ich fahre jetzt hier gerade spazieren, aber das muss ich erzählen. Hashtag Team Jacob. Never. Always Team Edward. Ganz klar. Ganz klare Sachen, da diskutiere ich auch nicht. Andere Sache. In dieser Apotheken-Umschau waren manchmal diese Fliegenaugen, diese Facettenaugen in so ganz groß abgedrungen, so gefühlt auf einer Doppelseite. So verstörend. Du denkst dir nichts dabei und willst nur das Kreuzworträtsel lösen als Kind. Und blätterst da so lang. Und auf einmal guckt dich eine Spinne an in Millie. Also wirklich, als ob sie sich dir vorstellen möchte. Als ob sie sagen möchte, hallo, Anu, hier bin ich. Ach Gott, das ist doch furchtbar. Ich konnte diese Hefte nicht mehr anfassen. Weil ich immer Angst hatte, dass sie wieder eine Fliege aufgedruckt haben. Kann auch eine Biene gewesen sein. Auf jeden Fall irgendwas mit Facettenaugen. Da bringst du dir auch nicht drüber nach, ne? Also jetzt, ich schlafe heute schlecht. Und das ist auch eine witzige Geschichte. Ich bin ja eigentlich so ein Angsthase. Aber ich gehe sehr gerne zu Sneakpöviers im Kino, wo man nicht weiß, welcher Film kommt. Und die sind in der Regel immer ab 18, weil die sich halt offen lassen wollen, alle Filme zu zeigen, wie sie wollen. Also auch irgendwelche Horrorfilme. Und jetzt war ich neulich, ich war wirklich drin und da kam wirklich ein Horrorfilm. Ich war mit Freundinnen da und ich war die ganze Zeit so, wir können auch einfach gehen. Wir müssen uns das gar nicht anschauen. Und die wollten es dann aber durchziehen. Es hat sich herausgestellt, es war ein deutscher Horrorfilm. Es war ein ziemlich schlechter Horrorfilm. Es war auch insgesamt ein ziemlich schlechter Film, der ziemlich absurd und abstrus war. Auf jeden Fall. Ich kann einfach diese Storys, die sind never ending. Ich habe unendlich viele von diesen Storys. Anderer Schnack. Einmal war ich zu Halloween eingeladen. Da hieß es, hat eine Freundin, eine Bekannte, meinte, hier in dem Kino ist eine Vorführung, Halloween-Vorführung von der Krake oder so hat sie erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie erzählt hat. Auf jeden Fall war mein Gedanke so, ja, komm, Tintenfisch unter Wasser, das kriegst du ja wohl auch auf die Reihe, ne? Dann wirst du dir schon nicht in die Hose machen. Und dann komme ich da an, an dem Tag, nichts ahnend. Und dann erzähle ich ihr und ich meinte schon, ja, ich hatte eigentlich ein bisschen Angst. Ich bin ja so in Angsthase. Aber ich dachte, der Krake, das schaffe ich schon. Und dann guckt sie mich so an und sagt so, hä, Anne, der Krake, nee, der Rum, der Kraken Rum organisiert dieses Event. Aber wir gucken doch nicht den Kraken, wir gucken S. Und dann war es vorbei. Dann saß ich da wirklich im Kino und hab diesen Film geguckt. Und das Schlimme war, da war jemand verkleidet als S, der durch die Reihen gelaufen ist. Und ich war, ich war, ich setze mich an den Rand, weil es so schlimm wird, dann gehe ich raus. Aber dadurch, dass der Rum schlemmenzelt ist durch diese Gänge, es war, ich hab zwei Jahre lang noch, war ich noch traumatisiert. Bei einer Geolino haben die einen Artikel über Prothesen gemacht. Ich fand die Ansätze der fehlenden Körperteile verstörend. Das war vermutlich in der zweiten Klasse. Schule, nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben mal Skorbut behandelt in der Schule wegen diesen Piraten, die da irgendwie überall rumgesegelt sind und nichts, keine Früchte dabei hatten. Und da war da irgendwie so ein Bild, so ein Schwarz-Weiß-Zeichen davon, wie jemand keine Zähne mehr hatte. Sofort verstört. Es ist wirklich, also heutzutage sage ich, also ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, ob Bilder zu sehen oder Dinge zu hören verstörender ist. Weil bei ES kann ich sagen, ich hab zwei Stunden lang dauerhaft die Augen eigentlich zugehabt. Aber ich hab halt die Geräusche gehört und die Texte und das war schon extrem gruselig. Andererseits war jetzt dieser Horrorfilm, den ich neulich gesehen hab, in der Sneak Preview, der war eher gruselig, weil da war so einer so schlecht animierte, so eine verzerrte Fratze. Und da hab ich direkt reingeguckt und das fand ich extrem gruselig in dem Moment. Deswegen, es ist immer so eine Mischung zwischen was man hört und was man sieht. Aber einfach nur so Bilder. Es gibt ja Leute, die zeichnen, so Horror-Monster oder sowas. Es gibt ja auch viele Manga mit der Thematik. Und ich denke mir immer so, Leute, geht's euch eigentlich noch zu gut? Was ist da los? Dass man das zeichnet, dass man, man guckt ja dann dauerhaft drauf, während man das produziert. Das ist doch, das ist doch krank. Also verstehe ich nicht diese Faszination. Kann ich echt nicht verstehen. Übrigens ist der eine Waggon schon voll, der zweite ist halb voll. Also das ist jetzt ja auch nur eine Frage der Geduld. Irgendwann ist es einfach voll. Irgendwann gehen sie zum dritten Waggon. Ich hab mal im Fernsehen Paranormal Activity 4 gesehen, weil nichts anderes lief. Ja, man kennt's. Aber ich glaub, ich hab actually auch einen der Paranormal Activity Filme gesehen. Da gibt's ja inzwischen sehr viele. Das war so mit so einem Dachboden. So der Klassiker irgendwie. Man zieht da ein, dann ist da irgendwas auf dem Dachboden. Um ehrlich zu sein, wirkte wie eine Parodie. Ja, kommt immer drauf an so. Aber ich weiß, ich bin wie gesagt sehr empfindlich. Ich hab zum Beispiel die Nintendo Direct gesehen, die jetzt gerade war mit den Partnerspielen. Und da haben sie als letztes Spiel so ein Unterwasserspiel angekündigt. Da war ein Trailer, ist man da so rumgeschwommen. So ein bisschen wie Abzu gab's, glaub ich, auch mal schon vor einiger Zeit. Wo's auch so ähnlich war, wo du so ein Taucher warst und da so lang tauchst. Ähm, und die haben das so angepriesen mit, ja, das ist total tolles Spiel. Ähm, total entspannt. Man kann da so Geheimnisse erkunden und so. Und ich dachte mir so, nee, das ist nicht entspannt. Das ist einfach fucking beängstigend. Weil es gibt für mich dieser Gedanke, da unter Wasser und du weißt nicht, was da kommt. Und selbst, die haben eigentlich nicht angeteasert, dass man da irgendwie kämpfen muss. Sondern es scheint wirklich nur so zum Erkunden zu sein. Aber selbst dann macht mir so eine Angst. Ich hab hier einmal, also nee, nee, das war noch auf dem anderen Kanal, hab ich einen Abend lang, ähm, versucht, Zapnautica zu spielen. Weil ich dachte, ja, Basenbau, das ist doch was für mich, mach mal. Ich hab mir in die Hosen gemacht. Ich hab's nicht ausgehalten. Ich fand es so beängstigend, da unter Wasser zu sein. Schlimm. Schlimm war das. Jedes Mal, wenn der Geist redet, haben die einen sehr hohen Fiepen, ein sehr hohes Fiepen eingespielt. Na, war eine Hörschwelle. Ich hab das Fiepen gehört. Ah, dieser ganz hohe Five-Ton, okay. So lange keine Kinder in Horrorfilmen sind, ist das okay. Achso, für dich sind Kinder am beängstigsten Joker. Das verstehe ich natürlich. Ich saß neulich in der U-Bahn, hab für die Klausur gelernt, auf einmal kommt da so eine Horde Grundschul-Kinder oder Kindergarten-Kinder auf Exkurs rein. Und neben mir war noch frei. Und die haben sofort angefangen, sieben die Plätze zu kloppen. Und ich war so, oh mein Gott, weg hier. Kinder, oh mein Gott, weg. Habe ich schnell meine Sachen eingepackt und hab den Sitz freigegeben, um dieser Situation zu entgehen. Also ich kann das... Ja, seht ihr genau... Achso, ne, warte mal. Hier stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Excuse me. Warum konnte ich das nicht sehen gerade? Lachen die Kinder in der Nacht, das ist das Schlimmste. Okay, da ist jeder ein bisschen anders. Ich weiß, also... Ich hab... Egal, jetzt weiß ich nicht. Müsste ich sehen. Müsste ich dabei sein. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn ich so durch die Gegend laufe... Achso, das Ding ist kaputt gegangen, ne? Haben die Arschgeigen kaputt gemacht, ich erinnere mich. Wenn ich jetzt irgendwie abends nach Hause unterwegs bin, habe ich eigentlich, glaube ich, am wenigsten alles davor, Kinder zu treffen. Kinder und Frauen sind eigentlich die Gruppe Menschen, die ich am liebsten treffe, wenn ich die Nacht so unterwegs bin. So, jetzt können wir hier wieder gucken. Da ist es nämlich. Ich hab's gewusst. Ihr kommt auch noch dran. Ihr alle drei. Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Wenn die Raketen irgendwann wieder laufen, ne? Im Sommer habe ich von draußen so ein Glockenspiel gehört. So ein Klingeling könnte eine Katze gewesen sein. Es gibt Leute, die binden ihren Katzen so Klingelhalsbänder um den Hals, damit die keine Vögel schütten. Könnte auch eine Katze gewesen sein. In Japan, als ich in Japan war, war während des Frühjahres waren so viele Grillen unterwegs. Das war irgendwann auch beängstigend, weil es einfach so nervig war. Und es war beängstigend, als die dann alle irgendwann gestorben sind und tot auf der Straße rumlagen. Eher so eine Spieluhr. Hm. Ja, das taugt auf jeden Fall zum Anfang von einem Horrorfilm, würde ich sagen. Wenn man anfängt, Spiegel... Spieluhrgeräusche zu hören, das trifft schon zu. Das trifft den Kern ganz gut. Achso, vielleicht, bevor wir jetzt zurückgehen, sollten wir uns einmal darum kümmern, dass wir das hier irgendwie angeschlossen kriegen. Wie... machen wir das am besten? Ich würde erst mal sagen, jetzt ist wieder die Frage der Fragen, dann laden wir es erst in Kisten und dann auf ein Fließband oder erst auf ein Fließband und dann auf ein Fließband. Wir können hier auch so eine Fließbandschleife machen, theoretisch. So ein Hin- und Her-Gedüsel. Und dann... Also, ich glaube halt... Weiß nicht. immer noch keine Sionischen auserwählten. Ach, das tut mir so leid, Sio. Ich würde dich gerne unterstützen, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Ich kann da wirklich nichts machen. Ich sage dir nur, wenn es so weit sein soll und wenn es passieren soll, dann passiert es. Ich glaube immer daran. Ich überlege jetzt, ob es einfach schlau ist, das Eisen einfach mal im normalen Kreislauf zuzuführen oder ob ich das einfach nochmal anders angehen sollte, das Problem. Jetzt habe ich nur drei zur Auswahl, aber mein Drachenpriester ist nicht dabei. Ach, der Drachenpriester. Mann, einmal mit Profis arbeiten. Das ist wirklich so witzig, wenn man einfach keine Ahnung hat, wovon der andere redet. Aber ich fühle das auf jeden Fall, den Struggle. Ich fühle das. Das hast du nicht verdient. Auch du hast heute schlechtes Karma. Das ist bescheinlich. Oh, mir ist gerade eingefallen, wo ich auf einmal, auf einen Schlag total viele Erzförderer herkriegen kann. Ich nehme einfach alle, die schon alle sind. Genial, oder? Geniale Idee. Muss man erst mal drauf kommen. Auf die Idee. Ich habe hier noch zwei. Ich glaube, die werden nicht benötigt. War gut. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das einfach meiner normalen Eisenversorgung zuführe. Oder ob ich dann nochmal eine weitere anschließe. Eine weitere Reihe von Hochöfen. Weil das Problem ist ja hier, glaube ich, die produzieren ja alle bis auf die letzten zwei. Das trotzdem nicht genug ankommt. weil hier noch mehr produziert wird. Es gibt zwei Charaktere, die auserwählt werden dürfen bei mir. Mein erster Herrscher oder der Exilant. Nun, das ist die Qual der Wahl, wie man so schön sagt. Auch da kann ich dir nicht helfen. Aber sei dir gewiss, egal welche Entscheidung du treffen wirst, du wirst es gut machen. Ganz sicher. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, was der Grundgedanke von diesem Plan ist. Der Plan, also der Grundgedanke wäre eigentlich, möglichst viel, möglichst schnell rauszukriegen aus dem Zug. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist, dass der Zug möglichst oft fährt. Es ist eigentlich nicht nötig, dass der Zug möglichst oft fährt. Es ist nur wichtig, dass hier nicht so lange Pausen entstehen. dass hier irgendwann alles, was bei der Einladung angekommen ist, irgendwann weg ist. Und der Zug dann so lange auf der anderen Seite steht, oh mein Gott, der ist schon da. Ich bin auch nicht vorbereitet. Ich bin... Scheiße. Nee, ist ja gut. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn der jetzt einfach wieder 30 Minuten braucht, um wieder voll zu werden auf der anderen Seite, deswegen, ich glaube, es ist eher auf der anderen Seite wichtig, Kisten zu machen, die schnell, wo schnell rausgehen kann. Hier ist es nicht so wichtig. Auf der Seite. Weil auf der Seite muss nur irgendwie raus das Material. Ich gucke kurz gerade. Das ist hier die andere. Ich habe da so zwei Lanes. Man sieht es nicht so gut, aber so war auf jeden Fall der Grundgedanke. Hoppala, falsche Richtung. Sorry. So, noch ums Eck. Jawohl. Und dann hier lang. Ja, Joker, ich werde Kisten nehmen, aber dieser Befehlston verletzt meine Gefühle. Ja. Ich wäre da schon auch selber noch drauf gekommen. Ich werde jetzt hier noch einen Splitter einbauen, um das ein bisschen auf beide Lanes zu verteilen. Und da setzen wir das Ganze schnell unter Strom, damit wir die Sache hier ins Rollen kriegen. Der ist auch leer. Der auch. Es ist aber wirklich letzter Poeng, oder? Gefühlt. Gerade noch ist er die Kurve gekriegt. Vielleicht können wir dann auch hier noch mal ein bisschen mehr Eisen produzieren. Nimm vielleicht Kisten. Du könntest, wenn du wolltest, Kisten nehmen. Musst du aber auch nicht. Da habe ich mal ein Interview mit Emilia Clarke gesehen, die Daenerys Targaryen gespielt hat in Game of Thrones, wie die Leute sich verhalten, wenn sie irgendwie nach Autogrammen oder Fotos fragen. Und sie war so, die meisten rufen einfach so, wenn sie sie auf der Straßenseele, wie so, Khaleesi! Und so, und sie würde sich einfach wünschen, dass mal jemand sagt, können wir nicht ein Foto zusammen machen? Frau Clarke, so nach dem Motto. Und dann war sie so, ja, auf jeden Fall. Müsst du einfach mal nett fragen. So, weil genau das ist jetzt eingetreten, was ich befürchtet habe, aber das liegt, glaube ich, einfach an meiner eigenen Unfähigkeit. Ja, das nennt man auch eigene Unfähigkeit. Kommt ab und zu in den besten Familien vor. Das ist nämlich volles. Aber wieder, ich wiederhole, ich glaube, auf der Seite ist das kein Problem. Ich muss jetzt nur auf die andere Seite gehen und sicherstellen, dass sobald der Zug da ankommt, der möglichst schnell auch wieder voll gemacht wird. Und dann haben wir das Problem, ja. Wieder Ausfahr, aber wieder nicht Drachenpriester. Mensch, Sebo, es ist doch wirklich heute nicht dein Tag, ne? Das ist doch schon, das hat doch schon ein System. Man muss übrigens aufpassen, man kann vom Zug überfahren werden. Wenn man zu einem schlechten Zeitpunkt auf den Gleisen unterwegs ist, kann das mal ein bisschen Auerpeaks machen. Und dann liegt da die Leiche auf den Gleisen. Aber das ist eine Steam-Arrogenschaft. Also, wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man die Errungenschaft. Ich glaube, ich habe schon siebenmal den Steam geschlossen, weil ich nicht mehr im Spiel war. Hä? Okay, kann man das nicht nebenbei machen? Du bist immer so On-Off. Du und ich werden eine On-Off-Beziehung, Sebo. Das ist toxisch. So was macht man nicht. Man sollte sich immer auf eine Sache committen. Oh, mein neues Audible-Guthaben ist da. Danke, Computer, dass du mir das jetzt mitscheilst. Ich danke dir sehr. Wie wollen wir das am besten machen? Ähm. Ja. Wie wollen wir das am besten machen? Ich glaube, da müsste ich das hier nochmal umstrukturieren. Den ganzen Spaß. Ich liebe Umstrukturierung. Strukturierung. Nee, ich bin halt F4. Aber so auf dem Stream und nicht im Spiel. Achso, und Weed World ist immer in den Stream. Achso, ja gut. Natürlich auch speziell. Also, ich brauche hier eine Kiste. Reicht eine Kiste? Vielleicht brauche ich mehrere Kisten. So eine Kistenlinie. Wie wäre das damit, wenn ich so eine Kistenlinie mache? Also, die Kisten mit den meisten Lagerplätzen sind diese hier aktuell. Deswegen machen wir jetzt einfach mal ein paar davon. Hat ja gut geklappt. Guter Plan, Anna. Weiter so. Scheiße. Ähm. Genau, dann wäre der Plan, hier noch eine Reihe Kisten hinzumachen. Und dann hätten wir hier noch eine Kiste. Und dann hätten wir pro Platz. Also, das ist ungefähr das Zuginventar, oder? Excuse me. Äh. Kann ich kurz in sie reingucken? Nee, ne? Nicht von hier. Ah doch, hier steht es. Lagerplätze 40. Also, eigentlich brauche ich, glaube ich, doch nicht zwei Kisten. Eine Kistenladung müsste reichen. Wenn die denn halt voll wird. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Okay. Wir machen das so. Wie wir es geübt haben. Ist es eins weit weg, oder? Nee, es passt. Hä? Nee, das kann nicht passen. Da ist ja noch eins Platz. Ach, Mann. Ich bin sehenden Auges in mein Verderben gerannt. Ich war gerade so, hä, das muss doch passen. Nee, muss nicht passen. Das ist auch noch mein Inventar voll. Das ist ein Trauerspiel. In zwölf Akten hier. Ist ja nicht mit anzusehen. Okay. Ähm. Da. Muss ich mich einmal rausbauen. Ja, kommen wir. Ach doch, ich wollte Gott sagen, wir haben keins mehr. Haben wir noch. So, und jetzt laden die quasi hier das Inventar voll. Und wenn wir das einfach die ganze Länge lang machen, kann der Zug, sobald er hier ist, entladen werden. Ich überlege, ob das jetzt noch schneller gehen würde mit dem Weiterladen. Aber das sind ja schon die schnellen Greifarme und die Kiste hat ja nur vier Seiten und der Zug ist nur an einer Linie. Also, ich glaube, es passt. Immer, Daumen, mal Fensterkreuz. So, warum ist da jetzt kein Strom mehr? Das war natürlich, weil der eine entscheidende Strommaste, den man da weggenommen hat, ne, ist immer so. Man trifft nicht nur so einen unnötigen, überflüssigen Strommasten. es ist immer der eine wichtigste, der das ganze Spiel am Laufen hält. Ist ja klar. mit unter weniger machen wir es ja nicht. unter weniger Pathos. Fragt mich nicht, warum ich das hier nach oben laufen lasse. Ich habe das so ein Gefühl. Manchmal muss es sich Sachen einfach richtig anfühlen. So, wir kommen hier nochmal zurück. Die Saat ist gelegt, sagen wir mal so. Die Saat funktionierenden Außenpostens. Entschuldigung, ich wollte kurz nach dem Nest gucken. Ich hoffe, wir sehen ihn zu früh genug. Hoppala. Huh. Es macht ein bisschen Spaß. Ich fand es erst blöd, aber jetzt finde ich es lustig. Die Bäume umzufahren. Mit einer Hand gesteuert. Man steuert eigentlich immer mit einer Hand. Es ist keine Errungenschaft, mit der ich mich hier brüste. Okay. Wie sieht es aus an der Heimatfront? Der Zug ist immer noch am Entladen. Aber inzwischen leer. zumindest teilweise. Die vorderste ist natürlich am langsamsten. Sehr klar. Es würde wahrscheinlich schneller gehen, wenn man den von beiden Seiten entlädt. Ja, selbstverständlich schneller geht. Oh, wir können ihn auch von beiden Seiten beladen. Huh. Wir freuen uns nicht einen Plan. Aber ich glaube, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, meine Theorie ist, dass es hier nicht so schlimm ist, wenn der hier lange entlädt. es ist nur schlimm, wenn der auf der anderen Seite lange braucht zum beladen. Also, wir brauchen mehr Eisenplatten. Und zwar, oh, nee, oder? Man stellt fest, eine kontinuierliche Versorgung mit Eisen führt dazu, dass zumindest ein bisschen was durchplätschert. Aber es liegt auch daran, dass jetzt hier inzwischen gar keine Stahlträger mehr produziert werden. Weil wenn er eine extreme Überproduktion haben. Das ist wieder Problematik. Oh, schaut euch mal, wie schnell an, wie schnell dieses Eisen weggeht. Bitte. Das ging ja richtig flott. Da wird ja gar nicht lang gefackelt. Vielleicht brauche ich noch ein paar mehr Waggons. So, ich wollte jetzt gerade sagen, wir machen jetzt hier nochmal eine richtige Reihe mit mit neuen Hochöfen. aber eigentlich glaube ich, dass es nicht gut wäre für uns. Langfristig gesehen. Ich habe übrigens so wenig grüne Fläschchen. Wahrscheinlich auch mit dem Eisenmangel zusammenhängt. Ich könnte hier mal auf Hochöfen upgraden, wenn ich das Material hätte. Die Stahlträger, aber die müssten wir jetzt eigentlich haben. Wir können hier einfach die aus den Hochöfen direkt rausnehmen. Mist. Inventar voll. Ah ja, weil ich immer noch die blöde Gewässerpumpe dabei habe, die kein Mensch braucht. Ja, logisch. Dieser Plan von vor einer Stunde. Äh. Manchmal drückt man Knöpfe und dann passieren Dinge und man ist ein bisschen überrascht. Das war jetzt gerade so ein Fall. Okay, cool. Gut gemacht. Oh, hier ist schon wieder schwach. Mehr Türme. Also, ich glaube, ich muss ein paar Stahlträger Hochöfen wegrationalisieren. Sonst kriege ich das nicht sufficient hin. Das Erste. Später vielleicht. Aber jetzt noch nicht. Genau, jetzt habe ich auch die Stahlträger, dann kann ich da drüben jetzt die Kisten machen. Dann brauche ich einfach nur ein paar Eisenplatten für die Komponenten, für die weiteren Erzförderer. Das läuft. Tolles kleines Projekt, was wir sehr gut heute gemacht haben. Freut mich. Einfach mal was Positives berichten. Es ist immer einer direkt aus dem Weg raus. Es ist immer so. Aus dem Strom raus. So, sonst noch Fragen? Nein, gut. Ich bin auch nicht hier, um eure doofen Fragen zu beantworten, blöde Krabbelkäfer. Okay, aber es ist schon echt immer ein bisschen anstrengend, wenn ich immer komplett bis nach links in die Basis laufen muss, um dann von da aus zu meinem Außenposten zu fahren. Ich glaube, der Trend geht zum Zweitauto, was man hier so abstellt. Ganz klarer Zweitauto-Trend. Ja, jetzt gehe ich den Weg halt trotzdem wieder. Es ist gut, dass ich das analysiert habe, das Problem, aber lösen kann ich es trotzdem nicht. So ist das manchmal. Problem erkannt, Problem nicht gebannt. Ja, also hier kommen halt gar keine Eisenplatten an. Dafür ist die Reihe zu lang. Dann gibt es nur zwei Lösungen. Wer Eisenplatten produzieren oder Verbraucher wegnehmen. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die wir haben. Erstmal steigen wir wieder ans Auto ein. Geht auch nichts über eine entspannte Spritztour am Nachmittag. Die Landminen machen nicht meine Mauern kaputt, oder? Das fände ich ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich habe nicht mal Schaden bekommen, obwohl ich direkt auf dem Landminenfeld stand, wo mich die Kiefer angegriffen haben. ich schaffe es nicht, ohne irgendwas umzufahren. Irgendwas fällt immer um. So. Das ist ein gefährliches Nadelöhr da vorne im Übrigen. Im Übrigen. Huch, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Taste hier gewesen? Wenn da gerade der Zug anfährt, dann wächst da kein Gras mehr. Ja, es dauert noch einen Tick zu lange, aber es liegt, wie gesagt, glaube ich daran, dass die Kisten nicht da sind. Ups. Ich würde hier wirklich auch versuchen, die Doppelbeladung zu machen. Der muss hier möglichst schnell voll werden. Nichts immer das Ziel, möglichst schnell voll werden. So. Das ist halt das Problem, wenn man so ein Vorprodukt transportiert, ne? Irgendwie braucht man davon mehr. Und jetzt habe ich schon wieder keine Fließbänder. Das kann doch nicht auch... Ja. Ich meine, den Gedanken hatte ich auch schon. Nein! Ich habe aus Versehen die Haltestelle gelöscht. Ja. Es tut mir leid. Unglückliche Beziehung hier. Machen wir nochmal. Eisenfeld. Volles Frachtinventar. Automatisch. So, ich hoffe, ich habe den Zug jetzt nicht kaputt gemacht. Der ist ja auch manchmal ein bisschen eine Diva. wenn man da... Ach Gott. Ja. Just in dem Moment, wo es getan wurde, schon wieder vergessen. Ein Greifarm, eine Kiste. Greifarm. eine Reihe Kisten. Ich habe schon sehr oft den psionischen Sprungantrieb und Schild bekommen. Ist das was Positives? Freust du dich darüber? Dann freue ich mich auch. Und jetzt war ich zu übermütig und habe eins zu viel gebaut. Ja, wunderbar. Toll. Toller Tag. Ist das. Tolle Vorzeichen hier. So. Ich werde da übrigens noch irgendwas andere Stromverbraucher hinsetzen. Damit es nicht so leer ist bei den Umspannwerken. An sich ja, aber ich habe jetzt wieder Zro und will erst mal den Auserwählen haben. Das verstehe ich. Man ist dann so fokussiert auf die eine Sache und wenn die einem nicht gegeben wird, dann ist man über alles andere. Auch wenn es geiler Loot ist. Wenn es nicht das ist, was man haben will, ist man trotzdem traurig. Ich verstehe das. Da wird alles andere verblasst. Da. im Vergleich. So. Dann. Oh Mann. Fehlt. Es fehlt an Eisen. Na gut. Boah, hier ist ja nichts. Ja, das ist halt wieder die Sachen. Wenn der mal ist, die vorderen Kisten voll. Aber jetzt ist es ja auch so, dass das Frachtinventar. Ach, egal. Das passt jetzt so. Man kann sich die Sache auch irgendwann zu anstrengend machen. Wir machen die Auserwählen zum sterblichen und mein Anführer schon über 70. Uh, ja, schwierig. Das, ähm, aber gut. Weiß nicht. Vielleicht ist man im Weltall zu der Zeit ja auch, wird man da 120 und dann ist es noch jung und vital. Ist ja gerade in der Blüte seines Lebens. Mit 70. Ist ja immer so ein bisschen die Frage. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade den letzten Band vom Wüstenplanet beendet. Zumindest den, den Frank Herbert geschrieben hat. Der ist ja dann recht früh verstorben und konnte das nicht mehr weiterschreiben, weil ich muss sagen, ich war sehr underwhelmed. Oh, sogar 80 schon. Ja, okay. Ich war sehr underwhelmed vom Ende vom, äh, hier die Ordensburg, die Ordensburg des Wüstenplaneten, weil es einfach kein Ende war. Äh, in dem Sinne. Zumindest kein schönes, aber naja. Und da werden die bei den Gäserit aufgrund von verschiedenen, äh, Stoffwechselaktivitäten steinalt. Also, das ist gar nicht mehr zu vergleichen mit dem Alter, was wir hier alle so kennen und haben. Deswegen. Weiß ich jetzt nicht, ob 80 in dem Sinne ein stolzes Alter ist oder nicht. Also. Ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde jetzt hier noch ein paar Eisenproduktionsstätten hinbauen. Die Sache ist durch. Die Entscheidung ist gefallen. Dann müssen wir eigentlich auch schon wieder Schluss machen. Ich muss morgen echt viel üben und lernen und machen und tun. Das Schlimme ist, ich hatte verschiedene Klausuren. Also, ne, ist ja nicht das Schlimme, aber ich hatte Klausuren, wo man keine Übungen vorher rechnen konnte, weil es einfach keine gab. und dann musste man sich einfach so vorbereiten, das war scheiße. Dann hatte ich Klausuren, wo man sehr viel üben kann, wo man sehr viele Aufgaben hat, aber es dauert halt so viel Zeit, die durchzurechnen. Und jetzt ist das am Mittwoch, diese Klausur. Und ich kann mich einfach nicht motivieren, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. 80 ist Standardalter, in dem die Antwürcher sterben. Ja, dann wünsche ich dir toi, 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 dass da nicht die Grippe zuschlägt. In dem Alter weiß man ja nie, wann der nächste Virus einen dahin rafft, nicht wahr? So. Der Plan ist folgender. Wir machen eine Kurve des Grauens hier hin. So. Ich, übrigens, ich möchte mal kurz appreciaten, wie unkompliziert Kohle als Element ist. Kohle beschwert sich nie. Wir haben Kohle seit 15 Stunden nicht mehr mit dem Arsch angeguckt und das läuft einfach. Und da ist nix, da wird nicht rumgenörgelt, da wird zu wenig, alles reicht nicht. Nee, das läuft einfach. Ist eine unendliche Quelle. Ist das. Finde ich gut. Es sollte mehr Elemente wie Kohle geben. Forschung, die etwas erhöhen. Man kann trotzdem spontan sterben. Ja, immer diese spontanen Tode, ne? Man kennt's. Wenn man es einfach mal in den Kalender eintragen könnte, dann wäre alles einfacher. Aber nee, es muss immer spontan sein. Was ist das? Warum brauchst du nicht? So, und dann müssen wir das Ganze nur da oben noch zuführen. Und dann haben wir doch zumindest teilweise unser Problem verbessert. Eine teilweise Verbesserung zustande gebracht. mit den langen Greifarmen und dann ist auch mehr Platz für das Eisen. Alles besser. Alles besser. So. Genau, und da oben muss es ankommen. Das ist jetzt fast, das ist sogar noch mehr als eine Verdopplung von dem, was da vorher ankam. Jetzt darf sich da wirklich keiner mehr beschweren. Ja, nun. Ja, haben Fehler gemacht. Wenn man das Erzwerk nicht komplett abgeredreht, ist es morgen Käfer. Aber ich habe doch aufgegessen. Deswegen muss es doch morgen schönes Wetter geben. Äh, so. Uah, der letzte Meter. So. Haben wir. Läuft bei uns. Ich freue mich. Was fehlt? Eisen. Ja, siehste. Ah, der Zug ist schon wieder weg. Wollen wir nochmal gucken, ob drüben alles läuft. Ich würde kurz nochmal Eisen mitnehmen. damit wir noch ein paar neue Erzförderer bauen können. So. Man denkt immer, man kann jetzt 100 Erzförderer bauen, aber nee, du kannst 10 bauen. Ja, wow. Tolle Menge. 10. Richtig beeindruckend. Ja, schlackert mal mit den Ohren. Ich muss mir mal was zu trinken eingießen. Ich habe zu wenig getrunken in dem Stream. Ich merke das schon. So. Also, steigen wir jetzt noch einmal ins Auto. Haben wir da drüben jetzt eigentlich schon ein Radar hingebaut? Nee, ne? Ah, ist auch was für Zukunftsanne. Die freut sich immer bei Aufgaben. Ganz klare Sache. Habt durch die Mitte. Ich fahre doch nicht außen rum. Wer bin ich denn? Habe ich Angst vor einem fahrenden Zug? Ich glaube nicht. Schau mal, wie Schlangenlinien der fährt. Da kann man doch keine Angst vor haben. Schnitt. Tod. Ui. Ja, okay. Das war der Tod des Baumes. Aber nun, Gewächse. Hallo. Ja, der Stein ist leider mal ein bisschen widerspänstiger. Der gibt nicht so schnell auf. Wie so ein Stück Baum. Ich bin echt gewillt, mir einen zweiten Eingang zu bauen, weil ich echt Angst habe, dass die, dass er hier mal losfährt. Also. Hier hinten stehen keine Kisten. Schön. Hier zwei, ich habe keine Kisten. So. Ah, und jetzt machen die halt auch wieder erst die Kiste voll. Ne, ich glaube, der Plan, das ist nicht gut, wie ich das mache hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, vierzig Plätze. Hat der, gibt es Sinn? Ja. Vierzig. Und ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kisten pro Zug. Oder der hier wird gar nicht, kommt der, wo kommt der rein? Ich glaube, der hat hier gar keinen Zugriff auf irgendwas. Der mittlere hier. Ah, eine Fehlkonstruktion. Aber, die 40 Plätze und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwölf Kisten auf jeder Seite. Das sind wieder nicht Drachenpriester zu aus. Ah, wow. Es tut mir so leid. Hier mal zwölf, 28, 48. Ja, gut, ist es jetzt, hier ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Würde ich sagen. Also, mein Ziel ist, dass hier genug drin liegt. Darf man einen Quality of Life-Tick geben? Nee. Wenn es, wenn es nicht aushältst, nicht erdrehst. Ich weiß, das sind alles tolle Knöpfe. Man kann hier alles, es gibt Tausende. Ich meine, ich habe euch mal das Menü gezeigt. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man hier alles Geiles machen kann, wenn man Ahnung hat. Ich freue mich über meine kleinen Erkenntnisse, die ich ab und zu mal nebenbei habe. Sowas wie, dass man hier mit Steuerung irgendwie alle Elemente auf einmal rüber nimmt und mit der Umschalttaste nur einige. Und da freue ich mich schon drüber. Und die anderen Sachen kommen später. Alles, man muss sich auch noch Freude für später übrig lassen. Wisst ihr, kennt ihr das, wenn man so richtig lange irgendwie was macht auf eine Art und Weise und dann ist man eigentlich ziemlich genervt davon und irgendwann, wie aus dem Nichts, kommt einem eine Lösung vor. Du bist schon tausend Stunden im Spiel und irgendwann kommt eine Lösung von irgendwo her und dann freut man sich. Und wenn man immer alles schon kennt, dann ist man doch irgendwann nicht mehr, dann kann man sich doch nicht mehr begeistern lassen von irgendwas. Dann sitzt man doch hier und sagt, ja, kenne ich alles, alles schon gesehen. Ich will mir die Freude offen lassen, bis später. Gut, andere würden sagen, das ist nur eine Ausrede von Inkompetenz. Kann man jetzt drüber debattieren. Was da jetzt die Wahrheit ist, werden wir nicht erfahren. So. Nicht so schnell auf jeden Fall. So. Und das Tüfteln ist ja gerade das, was dieses Spiel ausmacht. Weil Lösungen lesen, das kann ja jeder. Und sich damit beschäftigen. Auch. Ja, nicht mehr authentisch. Authentizität. Alleine, dass ich das gelernt habe mit diesen Begrenzen hier, das macht mich schon stolz. Wahrscheinlich gibt es eine Möglichkeit, die Einstellung zu kopieren. Also ein bisschen wie bei RimWorld. Alle Regale die gleiche Einstellung machen zu lassen. Aber wo bleibt denn der Spaß? Ich bin sowieso schon über meiner Zeit. Ich habe eigentlich zwei Stunden angesetzt für den Stream. Ich bin sowieso schon drüber. Jetzt ist die Zeit auch nochmal. Rechts unten steht, was ich meine. Rechts unten sind meine ähm tollen Fließbänder. Es ist gleich geschafft. Ihr müsst es gleich nicht mehr mit ansehen. Ihr könnt gleich beruhigt ins Bett gehen. Gleich geschafft. Ihr macht es ganz toll. Ganz toll. Ich lese die Tipps doch nicht. Die Tipps sind was für Schwächlinge. Die werden da noch stehen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Ja, ja. Dann werden die da noch stehen. Ungelesen. Ich lasse sie on reach, wie man so schön sagt. Ich ghoste sie, wie man es heutzutage macht. Bist du jetzt mal langsam voll? Nee, immer noch nicht. Oh Gott. Also der ganze Plan hat auf jeden Fall Lücken, den ich hier so mache. Das ist auf jeden Fall ein lückenhafter Plan. Aber ich glaube, so ist es schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass er irgendwann mal voll wird. Ich mache das jetzt nochmal. Ui. So. Da kann man einfach Escape drücken. Oder E. Wie Escape. Ähm. Das ist Schaltungsnest. Ich muss, ich will mir, ich habe so Bock mir das anzugucken und richtig geile Gatter zu bauen, aber andererseits fehlt mir auch der Nerv. Vielleicht in einem Monat, wenn ich nicht mehr so viel mit der Uni zu tun habe, dann kann ich das wieder gut finden. Ja, ich weiß, dass das Inventar voll ist. Oder auch zu weinen. Boah, ich hasse dieses Button-Mashing, das macht mich wahnsinnig. So. Noch jemand zu voll. Ich lasse gerne alle Kisten ausnüchtern. Da kenne ich gar nichts. Rein da. Warum habe ich das jetzt in der Hand? Ich will das nicht in der Hand haben. Mach das weg. Nein. Keine Stahlträger. Nein. Die laden das doch um. Es bleibt dann für immer da. Nein, nein, nein. Raus da. Solche Sachen wollen wir gar nicht erst einreißen lassen. So. Kiste leer. Kiste leer. Kiste leer. Kiste nicht leer. Käferangriff. Ja, ist schon wieder vorbei. Die hinten werden immer leerer. Das ist ein, wie sagt man hier, ein... Oh! Hallo! Wir erleben den Moment des Stromausfalls. Sehr gut. Dann wissen wir nämlich, dass hier nicht genug Strom vorhanden ist. Schön. Manchmal muss man live dabei sein, um sich der Relevanz einer Thematik klar zu werden. Also mehr Solarmodule. Das gefällt mir. Sehr schön. Alles voll damit. Es wird dann immer so ein bisschen patchworky, aber nun, was soll man machen? Irgendwo muss man Abstriche machen. Bisschen Schwund ist immer. Bisschen Schwund ist immer. Die hinten werden immer leerer. Hahaha. Sio, richtig gut. Richtig gut da. Ich habe ja jetzt gerade die ganze Zeit versucht, umzustrukturieren, aber es ist natürlich, dass die Kisten hinten natürlich keine Möglichkeit haben. Warum ist die leer? Also die werden einfach leerer die ganze Zeit. Punkt. Ende der Ansage. Genau, und jetzt ist mein aktueller Plan, nochmal alle Kisten durchzugucken, die noch so da Sachen im roten Bereich haben und dann eine weitere Kiste oder vielleicht zwei für kurz hier hinzustellen, genau an der Schreibmaste, genau dahin, wo kein Strom ist. Perfekt. So gehört sich das. Ähm. Und dann packen wir einfach alles da rein. So. Dann kommt es wieder aufs Band. Das ist so eine Never Endings Schleife. Siehst du, den hier habe ich nämlich vergessen. Die eine Kiste habe ich vergessen. Alles, alles rüber. Ja, das sind jetzt halt auch Folgen meiner Unfähigkeit. Da muss ich jetzt ein bisschen, wie sagt man, Ruße tun für meine vergangenen Fehler. Also jetzt sieht es aber, glaube ich, gut aus. Ja. Ihr seid alle gut. Die andere Seite nochmal gucken, ob das da auch passt. Hier hinten passt es sowieso. Ziemlich sicher. Weil da sind dann noch weniger Sachen angekommen. Hier nicht. Welchen habe ich jetzt hier? So. Und jetzt hoffe ich, dass dann gleich, wenn der Zug da ist, die das einfach alles möglichst schnell da rausladen und dann der Zug direkt voll ist und direkt wieder weiterfahren kann. Dies ist der große Masterplan. Der Aufbau an dem Masterplan, den ihr jetzt hier beigewohnt habt. Hier habt ihr es zuerst erfahren. Perfekt. Erledigt. Schön war's. Schön war's. Und fürs Leben gelernt haben wir. Auf jeden Fall. Wollen wir noch das zweite Umspannwerk platzieren hier. Ich finde, das schreit doch schon danach hier. Der Platz. Außer Reichweite. Außer Reichweite. Hast du noch was anderes zu sagen? Das Schöne ist, hier muss ich mich ja nicht bewegen. Mein Ziel ist jetzt erstmal eine Weile lang nicht mehr herzukommen. Bis sich irgendwann die Käfer anfangen hier zu interessieren für diesen Bereich. Ich bin unglücklich. Das geht nicht anders. Und deswegen kann ich das hier schön zuzimmern. Ist auch eigentlich nicht schlimm, also es wäre nicht schlimm, nicht da auf Strom zu haben, wenn wir uns nicht auf Strom verlassen würden für die Stromversorgung. Weil dann ist das Problem, dass die Geschütztürme nicht in der Lage sind, uns hier adäquat zu verteidigen. Wenn kein Strom da ist. Manchmal liegt es dann auch nicht an den Dingern selber, sondern an den Akkumulatoren, dass die nicht ausreichend sind. Deswegen kann ich jetzt hier keinen Akkumulatoren mehr Feld mehr hinmachen, weil mir da das Stahl ausgegangen ist. unbefriedigend. Ich kann die aber auch so ein bisschen ähnlich wie die Geschütztürme. Das ist alles ein bisschen dirty. Quick and dirty, wie man bei uns Programmierern sagt. Es ist alles einfach macht irgendwie den Job, aber sieht nicht gut aus. Scheiß doch auf die Laufzeit, Scheiß doch auf den Speicherbedarf. Hauptsache das läuft. Sag ich da immer nur. Ja, scheiß, egal, ob das O von N oder O 3 oder was auch immer ist. O hoch N vor allen Dingen. Genau. Drachenpriester will jetzt wird die Drachenpriesterin, nicht? Ist das nochmal eine andere Person oder ist das die gleiche Person? Ich war wieder langsam wie ein Faden bei dir. Das ist so verwirrend, wer da mit wem und das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, ich sag's jetzt, wie es ist. Ja, aus dem Posten steht. Ist leider noch kein Radarschirm da, aber ich glaube, wir haben unser Eisenproblem gelöst. Das ist doch ein tolles Ding. Da muss man sich jetzt einfach mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir geschafft. Als wir heute angefangen haben, war diese gesamte Zugstrecke, da war doch gar nichts. Da war noch da war noch Niemandsland und jetzt haben wir einen tollen Zug, der toll hier Eisen für uns auslädt. Ob sich das jetzt alles selber trägt, ja gut, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich habe das Gefühl, die Eisenmenge ist ganz in Ordnung. Zumindest jetzt, wo die Hochöfen hier nicht mehr produzieren, weil da das Fließband voll ist. Aber ich habe so tolle Dinge. Schütztürme, die dauerhaft produzieren. Ich habe Paketen. Das heißt, wir können richtig schön die ganzen Herrschaften, die hier sich bei uns niedergelassen haben, ungefragt, euch meine ich, hier schön weg, eins, zwei, drei, wegmachen. Irgendwann könnten wir uns hier nochmal mit der Ölquelle auseinandersetzen, aber ich glaube, bis dahin ist noch. Ja, wir lernen gerade die Uranverarbeitung. Hier ist Uranerz. Ich habe noch in keinem meiner Faktor-Spielständen Uran abgebaut. Ich bin jetzt weiter als je zuvor, im wahrsten Sinne das Wort ist, was das Spiel angeht. Wir haben aber immer noch so viel zu tun. Wir haben die neue Forschungsfarbe, die Gleise, die Lichtbögen, Ofen und die Produktionsmodule. Wir haben eine weitere Einheit von Schaltkreisen, die jetzt aber nicht mehr Schaltkreise heißen, sondern Prozessoreinheiten. Fragt mich nicht, warum. Irgendjemand wird sich dieses Wedding ausgedacht haben. Warum habe ich eigentlich immer noch so viel Explosionsmaterial in der Tasche? Und warum sind da keine Stahlträger? Ach so, weil einfach voll ist. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, was da los ist. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich die zweite Produktionsmaschine hier wieder hinstelle. Hier war vorhin eine, die habe ich weggemacht, damit es ein bisschen besser sich trägt. Aber jetzt muss ich das nicht mehr machen. Jetzt ist genug Eisen da. Aber nichts ist endlich. Auch dieses Eisenfeld wird irgendwann dem Ende nahe sein und dann können wir gucken, wo wir Material her kriegen. Hier, da, so, von da. Also es wird eine Weltraum umspannende, nicht den ganzen Weltraum, aber diesen ganzen Planeten umspannende Menge es darf sein. Kohle haben wir noch. Stein ist schwierig. Schwieriges Element. Hoffe ich einfach mal, dass ich das nicht mehr so habe, wie ich brauchen werde. Oder vielleicht ist das hier irgendwo im Osten. Weiß ich nicht. Genau, also ihr seht, wir haben viel zu tun. Ich habe schon eine Stunde länger gemacht, als ich machen wollte, aber das ist Factorio. Kennen wir es und lieben wir es. Ich beichere das hier mal ab. Och, beende das Spiel. Ich habe eigentlich gestern ein neues Buch angefangen. Ich würde mich freuen, umschlagen gehen, noch eine Runde zu lesen. Ich muss morgen früh raus, weil ich mich für die scheiß Klausur vorbereiten muss. Die letzte Klausur dieses Semester. Ich hoffe, dass es gut wird. Dann habe ich es hinter mir. Dann kann ich endlich wieder Streamplay veröffentlichen. Dann geht das ganze Ding los. Für ungefähr einen Monat, bis das nächste Semester losgeht. Es wird eine tolle Zeit. Ich freue das immer auf YouTube hoch. Ich glaube, morgen kommt nochmal die Folge von letzter Woche. Eigentlich mache ich das ja immer Sonntags und heute ist ab Samstag, weil ich morgen was vorhabe. Egal, hat euch nichts zu interessieren. Deswegen sage ich erstmal kurz für YouTube vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut bis zum nächsten Mal. Mal.